Und dann kam diese zweite, sagen wir mal, Quelle oder sagen wir mal, es war diese anglosächsische Mission, von der ich gesprochen habe, die von einem Whistleblower, der von Project Camelot ausgepackt wurde. Und der setzte das in ein ganz anderes Verhältnis, der hat das genau umgedreht und hat gesagt, nein, die wissen von dem geophysikalischen Ereignis, das ist denen schon klar, dass das kommt, dass das in der Vergangenheit stattgefunden hat, dass es ein zyklisches Element ist und dass sie es mehr und mehr einordnen können, wann der nächste Zyklus kommt. Und die Vorbereitung auf dieses geophysikalische Ereignis beinhaltet den dritten Weltkrieg. Ich hatte das Buch ja erst 2001, 2002 gelesen, sondern mir ist es natürlich, ich kann mich heute noch erinnern, also wie mir im Sessel saßen, mir das eiskalt den Rücken hoch und runter gelaufen ist, weil mir klar wurde, okay, bei mir war der Schock vom 11. September noch ganz frisch. Ja, und dann ist es vielleicht auch dann, ist vielleicht auch der perfekte Zeitpunkt, das zu implementieren, was sie da vorhaben, weil dann die Leute so shell-shocked sind, wie sagt man, also so eine Art Schockstarre haben und so, sagen wir mal, von den Ereignissen so traumatisiert sind, dass sie dann auch bereit sind, alles anzunehmen. Liebe Zuschauer von Eingeschenkt TV, vielen Dank fürs Einschalten. Heute der zweite Teil unseres angekündigten Interviews mit dem Christian Köhler. Den ersten Teil zum Thema Phönix-Hypothese, den hatten wir per Zoom aufgenommen und hatten euch gebeten, Fragen zu stellen. Ja, bitte habt Verständnis, wenn wir nicht alle Fragen eins zu eins wahrscheinlich heute durchkriegen, aber erstmal vielen Dank, dass du uns besuchen kommst in unserem Studium, mein lieber Christian, Anreise war gut. Ja, sehr gut. Danke für die Einladung erstmal. Ja, natürlich ist es immer viel schöner wie so ein Zoom-Interview und zweitens ist es dann auch gut, wenn man die Zuschauer hier ein bisschen mit einbeziehen darf. Also für euch vielleicht. Ich hatte schon bei dem Zoom-Interview gesagt, das ist Inhalt für Fortgeschrittener. Jetzt setzen wir natürlich einen drauf und gehen nochmal eine Spur tiefer rein und vielleicht jemand, der den ersten Teil nicht gesehen hat, guckt mal auf Eingeschenkt TV unter der Phönix-Hypothese, kann sich erstmal den ersten Teil reinziehen, weil wir werden versuchen natürlich möglichst wenig zu doppeln. Ja, so, es geht jetzt quasi nochmal eine Stufe tiefer in den Kaninchenbau. Und trotzdem ist das jetzt natürlich eine Hypothese, die wir diskutieren. Weder haben wir den Anspruch auf die Wahrheit noch auf Vollständigkeit, sondern das ist ein Versuch, ganz einfach mal Dinge einzuordnen unter einem anderen Gesichtswinkel zu sehen. Und Christian, du hast dich ja auch irgendwann in deiner Biografie, wie soll ich mich ausdrücken, mal ausgekoppelt gehabt. Du hattest mit Sigrid TV und anderen Dingen, die du in deinem Werdegang so gemacht hast, unwahrscheinlich viel auch eingesammelt. Ja, und wurde es dann irgendwann nochmal getriggert. Und dann haben sich nochmal ein paar Puzzle-Bilder zusammengesetzt. Es ist in dir eine Kraft entstanden zu sagen, Moment, stopp, hier fühle ich mich berufen, was zu machen. Und deswegen will ich trotzdem an der Stelle ein kleines bisschen nochmal auf deine Biografie kommen. Ja, insbesondere im Vorgespräch kamen bei dir ja auch so ein paar interessante Parallelen, die man so dann aufs Große projizieren kann, aus deiner Erfahrung beim Militär. Aber hol uns mal ab. Ja, also grundsätzlich ist es ja so, du kommst ja auch aus einem alternativen Medienbereich, deswegen kennt man dich ja. Und du bist ja auch mit ganz vielen Themen schon konfrontiert worden. Und manche Themen sind ja so komplex, dass du sagst, okay, das ist erstmal eine interessante, ich habe da einen Überblick. Aber in die Tiefe habe ich vielleicht gar keine Zeit davor zu dringen. Das ist vielleicht für mich nicht relevant. Das gilt mir sehr oft so. Es kommen Dinge auf mich zu, die kann ich sofort nehmen. Oder es gibt andere Dinge, die kommen auf mich zu. Und da sage ich, schwer, ich kann da irgendwie nicht in Resonanz gehen oder wie soll man das sagen, anknüpfen. Und ich lege die erstmal zur Seite. Und manche Dinge habe ich auch zur Seite gelegt und habe gedacht, wenn ich Zeit hätte, würde ich mich gerne mal damit beschäftigen. Aber dann halte ich mich bitte vornehm zurück und urteile nicht. Ja, ja. Und so war es bei mir, jetzt sagen wir mal, was du angesprochen hast, Secret TV. Ja, da bin ich, ich glaube so 2008, glaube ich, bin ich da eingestiegen, vielleicht 2007. Und da bin ich ja auch mit vielen Themen konfrontiert worden. Manche, die waren sofort logisch für mich oder die haben sich eh schon in mein Weltbild eingereiht oder die kannte ich sogar schon aus Büchern. Andere, die habe ich erstmal nach hinten wie so ein Puzzleteil, was man noch nicht so richtig ins größere Bild einordnen kann. Das legt man das mal zur Seite. So, aber du hattest auch noch angesprochen letztendlich. Ich glaube, beim ersten Interview haben wir auch darüber gesprochen, dass letztendlich auch mein Aufwachprozess mit 2001 begonnen hat. Aber auch das, ja, wenn man jetzt in die Historie retrospektiv hineinschaut, dann waren denn die Momente, wo man aufgewacht ist. Könnte man jetzt so sagen, das war der Moment, wo ich meiner Mutter nicht mehr geglaubt habe, dass der Weihnachtsmann existiert. Was, der existiert nicht? Nein. Das ist eine Verschwörungstheorie. Vielleicht, ja, aber das war das Narrativ, ja, das hat man angefangen von einer Autorität, sprich den Eltern, ja, und der Rest der Gesellschaft hat ja auch danach, ja, aber man hat trotzdem irgendwann angefangen, das zu hinterfragen. So, ja, so ein Momentum, ja, das klingt jetzt banal, ja, aber letztendlich gibt es immer so ein Momentum, wo man eben mit gewissen Narrativen in seinem Leben konfrontiert wird und die sich aber aufgrund von gewissen Ereignissen oder Erfahrungen sich auflösen. So, und dann war da zum Beispiel auch eben meine Militärzeit. Da war ich, habe ich verlängert und bin dann in den SVA-Einsatz gegangen, also nach Bosnien. Und da sind tatsächlich zwei alte, naive Vorstellungen zusammengebrochen. Das eine war die Vorstellung, dass wenn auf der Welt etwas passiert, zum Beispiel eine militärische größere Operation, dass ich am nächsten Tag in der Tagesschau oder in der Bildzeitung darüber einen umfangreichen Artikel erwarten kann. Ja, jetzt war ich aber damals in einer Operation verwickelt, die war sehr, sehr umfangreich, da waren mehrere Nationen dabei. Ich will gar nicht in die Details gehen, aber da gab es eben nichts im Narrativ, also nichts in dem Mainstream darüber zu erfahren im Nachhinein. So, und das Zweite, was ich dort gelernt habe, ist, wie Hierarchien funktionieren. Ja, ich war ein ganz einfacher Hauptgefreiter, also ausführende Kraft am Ende. Aber ich war der Fahrer von einem Verbindungsoffizier zu dem französischen General, weil die Operation fand im französischen Sektor statt. Die Franzosen hatten sozusagen die Oberherrschaft und die haben letztendlich alle anderen Nationen, die in dieser S-Formission verwickelt waren, angeleitet, wie die Operation auszugehen. Da waren die Engländer, die Amerikaner und die Deutschen. So, und ich habe letztendlich das Narrativ mitbekommen, was letztendlich die General, der hat wahrscheinlich auch nicht alles den Deutschen erzählt, was die Gesamtoperation, nur was die Deutschen letztendlich wissen müssen, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Und konnte dann richtig sehen, wie nach unten hin von dieser Ebene, nach unten hin bis zu meinen Kameraden, die letztendlich im Feld dann den Einsatz ausführen mussten, dass die Narrative und die Information immer weiter ausgedünnt und die Narrative sogar verändert wurden. So, dass letztendlich der Soldat im Feld keinen Zweifel haben soll, wenn er abzudrücken hat, dass er das auch macht. Dass er eben eine einfache, logische, gut-böse Narrativ bekommt, wo er auf jeden Fall moralischen, sozusagen eine Rechtfertigung dafür hat, das zu machen, was er machen soll. Also gar nicht ins Grübeln kommt. Gar nicht ins Grübeln kommt, ganz genau. Und oben sind das sehr komplexe und sehr nüchterne Szenarien. Ja, und nach unten hin, wie gesagt, im Nachhinein, was ich oben mitbekommen habe, war das, was da passiert ist, letztendlich so eine Art gallisches Dorf, was Berechtigung hatte, sich da aufzulehnen. Das wurde von diesen SV-Truppen letztendlich unterbunden, ja, und nach, weil es einfach ihre Aufgabe war. So, aber nach unten hin sollte da überhaupt kein Zweifel dran kommen, dass das alles Terroristen sind, ja, die im Zweifelsfall auch genau wie Terroristen behandelt werden sollen. Ja gut, also du beschreibst deine Manipulation mit einer einfachen Denke, damit die nützlichen oder missbrauchten Kräfte, sage ich mal, auch ihren Dienst tun im Sinne einer Geschichte, die sie gar nicht erfassen. Ja, und der Punkt ist, das kann man, ich glaube, das war so eine Erfahrung, die konnte ich erstmal auch gar nicht so einordnen, aber letztendlich kann man diese Erfahrung extrapolieren und zwar auf allen Ebenen, egal ob das eine politische Ebene ist, ob das Geheimgesellschaften sind, ob das Geheimdienste sind oder alle hierarchischen Strukturen, die letztendlich unsere Gesellschaft lenken. Dass es da immer verschiedene Ebenen gibt, ja, selbst nehmen wir jetzt mal ein Beispiel Freimaurerei, ja, dass der 33. Grad ein ganz anderes Verständnis über die Aufgaben der Organisation hat, als sagen wir mal jemand, der gerade eingestiegen ist oder selbst jemand, der im mittleren Bereich ist. Genauso ist es in der Politik, jemand, der jetzt sagen wir mal, ja, gerade in der lokalen Politik arbeitet, ja, der weiß nicht, was letztendlich die elitäre Spitze einer gewissen Partei, was deren geheime Agenda letztendlich sein kann, ja, oder eine Agenda, die letztendlich nicht durch alle Strukturen, genauso wie bei Firmen. Ja, da gibt es ja auch so, wo der Chef sagt, okay, wir müssen eigentlich jetzt mal auf die Zahlen nüchtern gucken, müssen wir da vielleicht ein paar Kräfte abbauen, ja, oder wir müssen dort und dort und eigentlich das hier und da nicht so gut aus, aber das ist jetzt nicht die Information, die ich jetzt weiter nach unten gebe. Die gebe ich vielleicht noch eine Stufe nach unten, aber sage dann auch ganz klar, dass ein einfacher Arbeiter sich nicht Gedanken machen soll, der soll weiterhin gute Qualität leisten und er soll sich keine Gedanken um seinen Arbeitsplatz machen. Ja, der Standort ist gesichert. Der Standort ist gesichert, so. Und letztendlich diese tiefe Erfahrung beim Militär und wie sehr da Narrative nach unten und wie Informationen immer weiter ausgedünnt und verbogen werden, damit das System funktioniert, das war eine tiefe Erfahrung. Und die kann man eben auch zum Beispiel dann wieder immer wieder anwenden, auch zum Thema zum Beispiel 2020 Corona, ja, dass eben nicht jeder innerhalb dieses Konstrukts, die letztendlich die Maßnahmen durchgedrückt haben, da wissen wir gar nicht, wer mit welchem Narrativ zu welchem Zeitpunkt gefüttert wurde, daran geglaubt hat und am Ende sogar glaubte, das Richtige zu machen. Ja, was nicht heißt, dass nicht, ja, dass nicht bösartiger Wille auch dabei war bei einigen Einzelpersonen, aber in die Köpfe genau reinzugucken, was glaubten die, was wurde denen erzählt, ja, das ist ganz schwer auszumachen. Und letztendlich, wenn wir jetzt auf die Phönix-Hypothese schauen und verstehen wollen, sagen wir mal, wie dieses ganze Konstrukt, was ich da versucht habe mit dir in der letzten Sendung, so ein bisschen die Außenränder zu skizzieren. Ja, wenn wir verstehen wollen, wie das möglich ist, dass das von oben nach unten hin strukturiert wird, ohne dass, das, sagen wir mal, das mittlere Management oder ganz unten das untere Management gar nicht versteht, was im oberen oder nicht notwendigerweise verstehen muss, was ganz oben von der Spitze sozusagen, was da passiert. Ja, und dass es immer verschiedene Ebenen gibt mit verschiedenen Narrativen, wo jeder glaubt, er hätte schon besonderes Wissen vor denen, die wiederum eine Stufe drunter stehen, ja, aber nicht verstehen, dass auch sie noch nicht die Spitze, sagen wir mal, der Agenda verstanden haben. Ja, gut, wir sprechen ja an, im Prinzip diese Frage, ich glaube was oder ich weiß was und das, was ich weiß, beruht ja auch schon wieder auf irgendwelchen Informationen, die mir jemand anders gegeben hat, die, das muss ja auch schon wieder nicht stimmen, ja, wie kann man eigentlich wissen, dass man was weiß? Ich meine, war das Einstein, der gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß? Ich weiß nicht, ob das Einstein war, aber möglicherweise... Irgendeiner hat es gesagt, zum Schluss kann man das gar nicht so richtig auseinanderkriegen, oder? Ja, ich denke gerade, man versucht sich an gewissen Dingen festzuhalten, zum Beispiel Wissenschaft, ja, ich habe versucht ja auch die Phönix-Hypothese, habe ich versucht, wissenschaftliche Theoreme zu ergründen und die sind teilweise so komplex und ich bin zum Beispiel beim Thema Geologie, ich bin kein Geologe, ja, aber ich kann nur, sagen wir mal, mit Deckungsmenge herausarbeiten, was viele für sich erkannt haben, wo es vielleicht Deckungsmengen mit anderen Quellen gibt, aber spätestens, ja, was 2020 angeht oder was, sagen wir mal, den menschgemachte Klimawandel angeht, also wissenschaftliche, unreflektiert wissenschaftliche Thesen zu übernehmen, weil sie gut in das eigene Narrativ hineinpassen oder in die eigene Theorie. Natürlich, ich kann auch nur sagen, okay, ich sehe ein Gesamtbild, was ich die Phönix-Hypothese nehme und ich nehme da gewisse Stolpersteine mit rein, über die ich immer wieder gestolpert habe, die letztendlich dieses Gesamtbild sozusagen für mich erschlossen haben. Okay, also diese, ich habe ja gerade bei diesem menschgemachten Klimawandel ein bisschen lächeln müssen, jetzt muss ich aber auch wieder bescheiden werden, weil ich glaube nicht dran, das heißt nicht, ich weiß es nicht, also schwierig, also, aber Fakt ist eins, was sie uns erzählen, daran glaube ich überhaupt nicht und das glaube ich zumindest zu wissen. Ja, und dann kommen wir auf dieser Hierarchien, du hast gesagt, okay, die unten müssen nicht verstehen, was oben gemacht wird, wo ist eigentlich oben oder gibt es über dem oben nochmal oben? Ja, da gibt es halt verschiedene Modelle, ja, wie ist das System auch gebaut? Ja, also im Mainstream, da sagen die Leute, naja, schau, da sind die Politiker, das sind schon die Höchsten, die haben wir gewählt, das sind die Höchsten. Also der Joe Biden ist der mächtigste Mann demnach der Welt sozusagen. Ja, da gibt es ja auch wieder Streitgespräche, ob der gewählt wurde oder eine Ursula von der Leyen wurde auf jeden Fall nicht gewählt. Wie ich sage, das ist ein Narrative im Mainstream. Ja, es ist gut, wir müssen uns aber auch mal ins Lächerliche ziehen, weil das macht euch ja auch wach, das dürft ihr ja nachgucken, was da los ist. Na, okay. So, dann sagen, okay, dann sehen viele im alternativen Sektor zumindest, sie sehen, okay, da gibt es andere Strukturen, die nicht demokratisch sind, Bilderberger Council and Foreign Relations, diese ganze trilaterale Kommission, Weltwirtschaftsforum mit unserem Freund Klaus, ja. Wo nehmen eigentlich Nichtregierungsorganisationen ihre Legitimität her? Das ist auch so eine Frage. Aber die stehen scheinbar noch über den Regierungen. Ja, es scheint so, weil letztendlich sie letztendlich darüber bestimmen, wen sie einladen, zum Beispiel bei Bilderbergern. Ja, und das ist zum Beispiel, ich glaube, das war 2018, 19, da war in Montreux, da habe ich eine Zeit lang gelebt, in der Schweiz, da war ein großes Bilderbergertreffen, da wurde Frau von der Leyen zum ersten Mal eingeladen. Ja, und kurz danach hat sie ja ihre kometenhaften Aufstieg zur EU-Präsidentin gemacht. Obwohl sie gar nicht aufgestellt war. Mysteriös, ne? Könnte das mit dem Treffen und der Einladung zu tun gehabt haben? Ja, oder ein unbekannter Gouverneur, ich glaube von Arkansas, ja, wurde dann Trump zum Präsidenten, Bill Clinton, ja, Bilderbergertreffen. Wann war das? Ja, schon eine Weile her. Okay. Also, das sind die Hierarchien über den Hierarchien, ja, und nochmal, wir sind trotzdem ganz bescheiden, weil wir wissen auch nicht genau, wie hoch die Hierarchien gehen und ich weiß auch nicht, was ein 33 Grad Freimaurer jetzt großartig anders macht, wie jetzt in unteren Graden und was da wiederum die verschiedenen Logen zu tun haben und ob die eigentlich bloß einen freien Gesprächsraum wählen, wie sie es nach außen im Prinzip so uns mitteilen oder ob da tatsächlich eine Hierarchie und eine Agenda dahinter verfolgt wird, von denen die unteren vielleicht wieder nichts wissen. Exakt. So, wir können da auch nur mutmaßen und da ist ja auch in den alternativen Medien, ja, oder in alternativen Analysten, ja, Leuten wie wir, die auch interviewen oder begegnet sind, ja, auch schon im Rahmen von CQTV, da hatte ich ein ganzes Spektrum von Leuten, die das eben auch unterschiedlich verorten oder dieses System im Hintergrund eine andere, das Netzwerk anders definieren würden. Aber das ist ja auch, das kann man schwer objektivieren, weil wie willst du von Geheimgesellschaften oder Geheimdiensten objektivierbare Daten bekommen? Ab und zu hast du einen Whistleblower, ja, so. Wurde der Whistleblower, glaubt er an das, was er gesagt hat? Selbst wenn er daran glaubt, die Wahrheit zu sagen, in welcher hierarchischen Position war er, ist das vielleicht auch ein Narrativ, was... Was ihm gegeben wurde? Genau, das sind wir beim Militär, dass er auch nur im mittleren Management ist und dementsprechend das mittlere Management-Narrativ hat, aber nicht das von der Spitze. Also, aufgrund der Hals, wir können es nicht wissen, können wir überhaupt was glauben dann? Okay, das muss jeder für sich selber herausfinden, desto mehr Daten du hast, eventuell entstehender Muster. Ich würde persönlich auch nochmal sagen, dass jeder, außer seinen gesunden Menschenverstand, mit dem er Daten analysieren kann und Muster zu erkennen, das ist vielleicht auch sowas wie so eine Art interne und intern, so würde ich das nennen, ich habe so einen internen Bullshitmeter. Ich will nicht sagen, dass der... Ja, es gibt so Momente, zum Beispiel, ich denke, das hat auch mit der Masse zu tun, mit der man mit schwierigen oder schwer objektivierbaren Themen zu tun hat, dass man sagt, okay, das klingt erstmal logisch, trotzdem schlägt mein Bullshitmeter aus. Das heißt, das an der Story, die klingt erstmal für meinen Verstand logisch, aber irgendwas ist daran, stimmt daran nicht. Es gibt aber auch Momente, da sagt der Verstand, okay, das ist jetzt... Das ist jetzt Vogelwild, das klingt jetzt wie Science Fiction, aber das Bullshitmeter sagt, nee, nee, das ist ein hoher Grad an Wahrheit dabei. Also ich habe auch so eine... Selber das erleben dürfen, ich sage heute dürfen, damals hat es mich schon ein bisschen geschockt. Und das war so, ich bin ja ausgebildeter Finanzdienstleister und habe da alle möglichen Urkunden, die habe ich inzwischen abgehängt, weil auf diese Belobigung bin ich nicht mehr stolz. Im Prinzip so dieses Bulimie-Lernen, aufsaugen, rauskotzen, aber nichts verstanden haben. Und dann bin ich irgendwann mal auf ein paar Vorträge, auch nochmal schöne Grüße an den Andreas Popp und Enrico Albrecht, aus der Wissensmanufaktur gestoßen, die natürlich inhaltlich etwas erzählt haben, was ich zu dem Zeitpunkt rein von meinem Intellekt und von meiner Prägung abgelehnt habe. Verstand hat Nein gesagt. So, aber mein Gefühl hat gesagt, scheiße, die kommen so gut rüber, die sind so überzeugt, die können sich so detaillierend ausdrücken, wie wir formulieren und erklären. Und es ist zwar etwas, was nicht mit meiner Prägung übereinstimmt, aber da hat man Bullshitmeter Null gezeigt. Und dann gedacht, ah, irgendwie, man könnte auch sagen, das Bauchgefühl. Ja, das ist ein anderes Wort dafür. Und so wurde ich eben mit vielen, so habe ich persönlich versucht, mich möglichst gut durchzunavigieren. Manchmal hat mein Bullshitmeter das eine gesagt, aber ich habe trotzdem eher auf meinen Verstand oder meine Programmierung gehört. Es ist nicht so, dass ich da nicht, dass ich da immer das auch hundertprozentig differenzieren konnte. Ich sage auch nicht, dass ich deswegen unfehlbar bin und dass ich meinen Bullshitmeter perfekt ablesen kann und mein Verstand dem Ganzen folgt. Nein, nein, also ich habe mich oft nochmal eines Besseren belehren lassen müssen. Gewisse Dinge, die ich erstmal auch aus psychologischen Gründen abgelehnt habe, weil gewisse Themen natürlich eine gewisse psychologische Implikation mit sich bringen. Ja, sagen wir mal, um an die, steigen wir da nochmal ein, ja. Die Phönix-Hypothese, letztendlich meine erste Begegnung, die Phönix-Hypothese beinhaltet ja diese kataklysmischen Zyklen. Ja, also dass es große Erdveränderungen zyklisch stattfinden. Ja, und auch der erste Hinweis, bitte. Aber das siehst du jetzt so von außen, etwas von außen auf uns wirkend, ja, als diese großen Veränderungen. Ja, okay. So, und das erste Mal konfrontiert wurde ich damit relativ kurzzeitig, nachdem ich überhaupt angefangen habe, meine Realität zu hinterfragen. Speziell erstmal die politische. Ja, ich kam aus der Bundeswehr raus, da hatte ich schon meine ersten Aufwachmomente mit dem Erkennen, dass nicht alles, was auf der Weltbühne passiert, auch militärische Operationen. Ach so, sag mal, da muss ich dich da nochmal fragen. Also ich war ja auch mal bei diesem Verein, bei dieser US-Filfstruppe. So, und ich musste ein Schwur leisten, so nach dem Motto, dass ich mein Land und das Bündnisgebiet gegen Angriffe von außen verteidige. Ja, ja. Haben wir das jemals getan? Ich glaube nicht, dass wir die Freiheit am Hindukusch oder die Demokratie Deutschlands am Hindukusch verteidigt haben. Aber angegriffen haben die uns auch nicht, ne? Nicht wirklich. Aha, okay. Also nur so viel, das sind so die Aufwachmomente. Ich will die Aufwachmomente nochmal hochholen. Also ich hatte meinen ersten, sagen wir mal, kleinen Blick hinter die Kulissen während der Bundeswehrzeit bekommen. Und dass gewisse naive Vorstellungen, die ich hatte, dass wann immer da eine militärische Operation stattfindet, dass da sofort irgendein rasender Reporter dabei ist und die nächsten News sofort in die Tagesschau einspielen. Nein, so lief das nicht. Ja, sondern dass da in dem Sinne klandestin oder heimlich, klammheimlich sozusagen im Hintergrund Operationen laufen. Dann kam der 11. September. Ja, so das war mein großer Aufwachmoment. Ja, von den ersten initialen Zweifeln, wie das denn alles sein konnte. Ja, auch dieses monumentale Versagen der Geheimdienste und der Luftraumüberwachung. Ja, wo wir auch wieder Parallelen, sagen wir mal, zu den monumentalen Versagen der Geheimdienste und der Grenzkontrolle oder der Grenzanlage in Israel gerade sehen. Ja, da gibt es so viele Parallelen wieder. Es wurde ja auch der 9-11 von Israel genannt. Wie ich noch sagen, wir wollen gar nicht ins Detail gehen. 9-11, da wurden immer mehr Fragen gestellt, immer mehr Ungereimtheiten bis hin zu irgendwelchen Pässen, die das überlebt haben oder diese fingierten Beweise. Das sind die berühmten Pässe, die überall auftauchen. Egal, nach einer Einführung, Charlie Hebdo oder eben nach einer Feuerkatastrophe. Also aus ganz besonderem, feuerfestem Papier, das nicht angekogelt ist. Exakt, so funktionieren die Pässe. Ah ja, gut. Und so kamen dann eben von initialen Hinterfragen die verschiedenen Narrative. Hat die US-Regierung das passieren lassen? Haben die nachgeholfen? Sind die Türme überhaupt wegen dem Benzin zusammengestoßen? Flugbenzin, Kerosin nennt sich das wohl. Oder wurde da nachgeholfen mit Nanothermit? Genau, und wie kann so eine Aludose, nichts anderes ist, ein Flugzeug, durch massive Stahlträger eines solchen Hochhauses durchfliegen? Es sind so viele Fragen. So viele. Und dementsprechend, nachdem ich angefangen habe, dieses Narrativ zu hinterfragen und zu sehen, dass da offensichtlich doch ein größeres System dahinter steckt. Da habe ich mich dann natürlich mit ganz vielen anderen Dingen auch beschäftigt. Wenn man das schon hinterfragen muss, muss man sich auch viele andere Dinge hinterfragen. Ja, ja. Inwieweit hat denn dieses Hinterfragen auch Unterstützung dadurch bekommen, dass das tausendfach anders dargestellt wurde, nie richtig untersucht wurde, alles ins Lächerliche gezogen wurde? Ich meine, man hätte es ja tatsächlich aufarbeiten können, auch mit den physikalischen Hintergründen, was meiner Meinung nach nur scheinbar erfolgt ist. Also so nach dem Motto, ist das Ereignis schon das gewesen, was dich misstrauisch gemacht hat oder dann der Umgang mit den Kritikern? Sowohl als auch. Ich hatte ja schon gehofft, dass dann innerhalb der kritischen Gruppen, die sich ja mittlerweile schon anfingen, sich zu zersplitten, weil es dann unterschiedliche Ausdeutungen gewisser Dinge gab, dass dann irgendwann natürlich so eine Aufarbeitung auch hoffentlich auch in den Mainstream hineinzieht. Die kamen natürlich nicht. Aber um den Bogen zu spannen, ja, da hatte ich, das waren auch noch naive Vorstellungen, ja, dass das stattfinden könnte. Aber um den Bogen zu spannen, letztendlich zur Phönix-Sypothese kam kurz danach, so ungefähr 2002, fing ich an, viele andere Bücher zu lesen. Und da hatte ich dann das erste Mal diese Begegnung oder diese Konfrontation mit diesen Zyklen oder diesen Kataklysmus-Zyklen. Und das war in dem Buch von Jan van Helsing, Der dritte Weltkrieg. Und das war letztendlich, ging es um die Seer-Prophezeiung Europas. Das war nicht nur Europa, da gab es auch, sagen wir mal, Edgar Cayce und solche Sachen waren da auch schon drin. Und letztendlich, Jan van Helsing war, sagen wir mal, 1999 auch nur einer von vielen, die sich diesem Phänomen, dieser Prophezeiung gewidmet hat. Und momentan heißt ja, die Autorität in diesem Fachgebiet, wenn es darum geht, diese über 200 Seer alleine in Europa zu analysieren und Deckungsmengen zu erkennen, dass sie irgendwo alle letztendlich eine Story erzählt haben, teilweise Details davon, nicht das gesamte Bild, aber dass das alles ineinander passt, heißt die Autorität Stefan Berndt. Ja, der hat das nochmal, der hat, glaube ich, mittlerweile zehn Bücher dazu geschrieben, möchte ich sagen, wo er alleine diese ganzen Propheten, und nachdem er angefangen hat, die ersten Bücher darüber zu schreiben, sind ja auch neue Quellen immer wieder an ihn herangetragen worden. Ja, von Leuten mit präkognitiven Fähigkeiten, also die Fähigkeit, über den Zeithorizont hinwegzuschauen, die vorher nicht so bekannt waren. Jan van Helsing, wie auch immer, war mein Einstieg. Er schrieb das Buch 1999 und das Interessante für mich war damals, dass er letztendlich gesagt hat, schau, hier haben die ganz alten Seer teilweise aus dem 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, die haben schon den Ersten Weltkrieg gesehen, Zweiten Weltkrieg, die kannten noch nicht, was ein Panzer ist oder was ein Flugzeug ist, die haben das dann halt umschrieben mit Eisentieren oder Eisenvögeln. Aber letztendlich, was sie da beschreiben, ist der Erste Weltkrieg, auch die Zwischenzeit und letztendlich die Deckungsmenge auch aus den verschiedenen, sagen wir mal, also aus den verschiedenen Zeitepochen, wo Leute eben auch mit einer anderen Sprache gesprochen haben, andere Bilder hatten und letztendlich der eine mehr so einen christlichen Kontext war, der andere weniger, wie auch immer. Die haben letztendlich immer alles eine Story erzählt. Und er hatte gesagt, okay, wir sind eigentlich hier angekommen. Wir sind an dem Punkt angekommen, hier Wendezeit und so weiter. Deutschland vereinigt sich wieder, das wurde auch schon alles beschrieben, die Teilung, auch die Wiedervereinigung. Und das Nächste, was in der Zeitlinie, die sie beschreiben, passieren müsste, wäre jetzt, sagen wir mal, ein, ich verstehe es nicht anders, als dass es so eine Art kriegerische Handlung ist, die an der Ostküste Amerikas passiert, mit irgendwelchen Hochhäusern. Da müssen auch sowas wie Cruise Missiles sein, also irgendwelche metallen Objekte. Also einstürzende Hochhäuser? Einstürzende Hochhäuser. In dem Sinne, er hat das noch als Cruise Missiles interpretiert, könnten aber auch Flugzeuge gewesen sein. Vielleicht waren es am Ende auch Cruise Missiles, wie auch immer. Vielleicht baut Boeing auch welche. Ja, vielleicht hat er auch einfach das kollektive Wahrnehmung angezapft, die letztendlich außerraumzeitlich, so ist ja die Theorie, dass es so eine Art Informationsebene gibt nach Burkhard Heim oder eine Akasha-Chronik, so wurde es mal nach Spiritualität, also eine außerraumzeitliche Ebene, wo man sozusagen potenzielle zukünftige Ereignisse wahrnehmen kann. Gut, ich kann es ja nicht erklären, aber wir können ja feststellen, dass es Prophezeiungen gibt, die getätigt wurden, die im Prinzip später, als die Zeit dann fortgeschritten war, erst erkannt wird, was überhaupt beschrieben wurde. Und dass man sagt, eigentlich hört sich das so verrückt an, bis es dann geschieht und sagt man, oh, wahrscheinlich hat er das gemeint, das passt jetzt plötzlich zusammen. Was sind denn die nächsten Prophezeiungen? Ja, das für Jan van Helsing aus dem Jahr 99 war das das Nächste, was passieren müsste. Und ich hatte das Buch ja erst 2001, 2002 gelesen. Und mir ist es natürlich, ich kann mich heute noch erinnern, also wie mir im Sessel saßen, mir das eiskalt den Rücken hoch und runter gelaufen ist, weil mir klar wurde, okay, bei mir war der Schock vom 11. September noch ganz frisch. Wie konnte das sein und was ist da alles passiert? Warum schreibt er das drei Jahre früher? Und der ist ja selber, Jan van Helsing war in dem Sinne kein Prophet, der hat ja einfach nur die Datenlage analysiert und hat interpretiert. Das, was bis heute eben Leute wie Stefan Berndt gemacht haben. Nur noch weiter im Detail. Wobei man aber sagen muss, Jan van Helsing hat sich die Daten angeguckt und konnte nicht mit allem was anfangen. Wenn es dann zum Beispiel heißt an einer Stelle, dass da tausende von unbemannten Flugzeugen aus dem Nahen Osten aufsteigen und Richtung Europa fliegen, um da so eine Art gelben Streifen zu setzen. Damit konnte Jan van Helsing 1999 noch nicht viel anfangen, weil Drohntechnologie noch nicht so populär war. Das gab es sicherlich schon, aber das war da jetzt nicht im Mainstream sozusagen erzählt davon, dass Amerikaner oder andere Staaten schon Drohntechnik haben und die einsetzen. Das war noch mehr so eine Art, sagen wir mal, abstrakte Technologie. Und zweitens wurden erst so im Rahmen des Kriegs gegen den Terror, so 2007 rum gab es die ersten Spiegelartikel, die davon berichteten, dass da tatsächlich Drohnenbasen im Nahen Osten gebaut wurden. Und plötzlich, wo mit Jan van Helsing 1999 noch nichts anfangen konnte, weil es ist die Ausdeutung oder die Erklärung der Propheten, das machte natürlich dann in den neueren Büchern von Stefan Berndt, der kann das natürlich ganz klar belegen und sagen, die Drohnen haben wir inzwischen. Die Drohnen und die Basen haben wir. Und das Szenario, dass da tausende von Drohnen aufsteigen könnten. Und ich glaube, Israel ist doch ein ganz bedeutender Hersteller von solchen Drohnen. Hat nicht die Bundeswehr von denen auch welche gekauft? Das ist da militärisches Austauschprogramm. Nein, nein, weil nach Nahen Osten und Drohnen, da ist ja die Frage. Dass die alle Drohnen da haben. Und dass nicht jede von diesen Drohnenbasen von denen, da gibt es die Bekannten, da gibt es wahrscheinlich auch die weniger Bekannten. Und irgendwelche Abmachungen und wer weiß, was in den Stützpunkten, die sagen wir mal die Amerikaner eigentlich illegalerweise in Syrien haben, was dort alles für eine Technik rum zu haben ist oder was man da noch ins Feld führen konnte. Ich will nur sagen, dass was 99 Jan van Helsing noch als ein wildes, abstraktes Artefakt da sozusagen in den Prophezeiungen gefunden hat, das ist mittlerweile, ist das klar nachvollziehbar. Und es ist nicht mehr so, es ist keine wilde Geschichte mehr. Wenn wir schon im Nahen Osten sind, wir hatten im Vorgespräch ja über ein rotes Kalb gesprochen. Vielleicht willst du das auch nochmal anführen. Ja, das könnten wir später nochmal anführen, weil letztendlich, ja, da geht es letztendlich um die religiöse Prophetie. Okay. Ja. Lassen wir mal die Prophetie so weit. Das ist auch etwas, was, auch wenn wir es nicht richtig greifen können, wie können die Leute das sehen, aber es ist ja zu Papier gebracht worden, es gibt diese Übereinstimmungen und die gibt es ja über Propheten hinweg. Und das ist ja das, was Helsing zum Beispiel auch ausgewertet hat, diese Schnittmengen. Ja. Aber das ist eine Sache, wäre vielleicht nochmal wichtig zu sagen, weil ich letztendlich darüber eingestiegen bin, dass ich gesagt habe, okay, als ich 2002 dieses Buch hier lesen habe, es hat sozusagen Glaubwürdigkeit dadurch bekommen, dass es sozusagen den 99 geschrieben wurde und den 11. September 2001 sozusagen schon vorweg beschrieben hat. Damit hat natürlich auch alles Weitere, was diese Propheten beschrieben haben, sprich, dass es eben auch zu einem Krieg im Nahost kommt, dass dieser Krieg letztendlich auch zu einem Dritten Weltkrieg global kommt, dass das auch Konsequenzen in Europa haben wird, dass dieser Krieg aber letztendlich unterbrochen wird, kurzfristig nachdem der Verlauf angefangen hat, durch geophysikalische, kosmische, ja, geophysikalische Ereignisse, also die mit diesen Kataklysmen zusammenhängt. Könnte man diese geophysikalischen Ereignisse auch so deuten, wie es auch die Religionen tun, dass dann Gott eingreift? Die Propheten haben das tatsächlich so gesehen. Ja, also die haben letztendlich kein ganzheitliches Wissen, die haben letztendlich einen Film geguckt, hatten selber schon eine religiöse Indoktrinierung. Ja, weil jetzt ja nicht, früher musste jeder zur Kirche gehen, da konnte er jetzt mehr oder weniger ein gutes Verhältnis zur Religion haben, aber letztendlich bist du nicht ganz frei von den Geschichten. Das ist ja eine Frage der Suggestion. Ständige Wiederholung. Wie auch immer, die Propheten haben letztendlich nur die Aneinanderreihung von Ereignissen gesehen und sehen, dass da sozusagen die Eskalation des Dritten Weltkriegs mit immer fürchterlichen Waffen zu einem gewissen Crescendo kommt. Und wir würden sagen, es wäre ja ab einem bestimmten Punkt unausweichlich, dass es zum Atomkrieg kommt. Nur laut den Prophetien kommt es nicht dazu, sondern die Kriegshandlungen werden laut Prophetie unterbrochen durch diese geophysikalischen Ereignisse, sodass das schlimmer ist, als, sagen wir mal, weiterhin Krieg oder dass selbst das Kriegführen sozusagen dadurch unterbrochen wird. Und diese geophysikalischen Ereignisse sind die, sind es mechanische Dinge, die einfach fest nach einem gewissen Zeitplan ablaufen, aus wie es in diesem Zeitfenster stattfindet, oder sind das geophysikalische Ereignisse, die wiederum von jemandem gesteuert werden? Also ich kann nur wiederholen, die Propheten haben das natürlich nicht als Zufall betrachtet, dass nachdem, sagen wir mal, eine Eskalation oder nachdem die Menschen sozusagen sich so sehr bekriegen, dass Gott eingreift und sozusagen mit diesen geophysikalischen Ereignissen sie abstraft. Das war ihre Interpretation. Und mein erstes Gedankenspiel war auch, das ist schon komisch. Ja, da kommt es dann gerade mal, nachdem wir, sagen wir mal, nach Kuba-Krise und so weiter und so fort, hätten auch jederzeit eine Eskalation, hätte es theoretisch zu einer Eskalation zum Dritten Weltkrieg kommen können. Aber warum, wenn es denn dazu kommt, warum kommt denn gleich dieses kataklystische Ereignis? Und dann kam diese zweite, sagen wir mal, Quelle oder sagen wir mal, es war diese anglosächsische Mission, von der ich gesprochen habe, die von einem Whistleblower, der von Project Camelot ausgepackt wurde. Und der setzte das in ein ganz anderes Verhältnis. Der hat das genau umgedreht und hat gesagt, nein, die wissen von dem geophysikalischen Ereignis, das ist denen schon klar, dass das kommt, dass das in der Vergangenheit stattgefunden hat, dass es ein zyklisches Element ist und dass sie es mehr und mehr einordnen können, wann der nächste Zyklus kommt. Und die Vorbereitung auf dieses geophysikalische Ereignis beinhaltet den Dritten Weltkrieg. Und jetzt die Frage, warum sollte man vor einem geophysikalischen Ereignis mit Absicht noch einen Dritten Weltkrieg inszenieren? Wenn man schon eh davon ausgeht, dass dieses geophysikalische Ereignis eh schon ein großes Leid, auch eine große Menge Verluste, menschliche Verluste. Warum sollte man vorher noch einen Krieg machen? Das ergibt erstmal gar keinen Sinn. Aber der Whistleblower von 2010 hat ganz klar gesagt, und er hat das ja schon 2005 erfahren, ich kann dir die ganze Story nochmal von Anfang an erzählen, wenn du nochmal auf das Detail eingehen möchtest, aber runtergebrochen hat er letztendlich, dieser Insider 2005 davon erfahren, war also bei so einem Gruppentreffen durch mysteriöse Zufälle, ist er da reingerutscht. Und hat eben erfahren, dass es da eine Gruppe gibt, die sich immer wieder trifft und die anglosächsische Mission bespricht. Und die anglosächsische Mission war letztendlich die anglosächsische Fraktion eines übergeordneten Systems, die sich allesamt eigentlich auf dieses Kataklysmus vorbereiten und einen Plan ausgearbeitet haben, wie man sozusagen die Menschheit als Ganzes auf diese Katastrophe vorbereitet, um einen möglichst eleganten Übergang zu machen und einen kontrollierten Wiederaufbau nach diesem physikalischen, geophysikalischen Ereignis. Ja gut, jetzt ist die Frage, was man für eine Weltanschauung hat, weil anglosächsisch, das steht ja auch, ich sage es mal, für die westlichen Werte, also am Beginn vom britischen Empire bis jetzt zu dem im Bröckeln geratenen, amerikanischen Weltpolizistentum, wie auch immer, vorzubereiten. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, die wollen ja mit Sicherheit auch ihre Macht behalten. Ich kriege es jetzt noch nicht ganz zusammen, weil da müsste es ja auch noch eine andere Fraktion geben. Wenn du sagst, es gibt diese anglosächsische Fraktion, dann gibt es auch noch die andere Fraktion, ich weiß nicht, ob die jetzt in der Prix oder sowas zu verorten ist. Hast du da irgendwie ein Gefühl dafür, ob die vielleicht auch so einen ähnlichen Plan, dass die da mitspielen wollen? Also, ich könnte jetzt nochmal genau auf diesen Whistleblower, warum der so signifikant sozusagen für mich war. Achso, wir machen gleich weiter. Es wird länger dauern. Holt euch einen Kaffee, setzt einen Zeitmarker oder wie auch immer, es wird länger dauern. Also heute ist immer eine Stunde nicht durch, wollte ich nur gleich nochmal ankündigen. Okay. Also, wie gesagt, meine Erstbegegnung mit diesen Zyklen war durch diese Prophezeiung. Das war 2001, 2002 irgendwann. Und dann kam nochmal eine signifikante Quelle mit gewissen Synchronicitäten auf mich zu. Das war 2010, die anglosächsische Mission, die Project Camelot oder Bill Ryan, das war sozusagen einer der Hauptfiguren von Project Camelot. Project Camelot war zu dem Zeitpunkt 2010 die größte alternative internationale Medienoperation. Ja, für, sagen wir mal, Leute, die erst mit 2014 aufgewacht sind oder jetzt mit 2020, die werden von denen nie gehört haben. Aber das waren die Größten. Das waren auch letztendlich die Vorläufer, wenn es darum ging. Die hatten sehr interessante Leute, auch ehemalige NASA-Astronauten. Brian O'Leary zum Beispiel. Also, die hatten sehr interessante Leute aus dem System, die Aussagen getroffen haben über Dinge, die ihnen während ihrer Zeit innerhalb, sagen wir mal, Regierungs- oder so Organisationen wie der NASA, was ihnen da so begegnet ist, was dann nie an die Öffentlichkeit geraten ist. Sogenannte Whistleblower. Also Leute, Insider, die darüber auspacken. Und das war natürlich, die standen natürlich sehr im Fokus. Und Bill Ryan wurde natürlich, das muss man auch ganz klar sagen, der wurde natürlich genauso, wie es heute auch wieder vorkommt, in anderen Kreisen, nehmen wir mal die QAnon-Bewegung, die berufen sich ja auch auf Insider-Quellen. Und mit einem Insider-Quellen und Whistleblower muss man vorsichtig sein, weil die werden natürlich auch mit Absicht geschickt. Ja, vieles teilweise glauben die an das, was sie da erzählen. Manchmal glauben sie nicht daran, sondern die sind direkt geschickt, sozusagen mit ein bisschen Wahrheit, garnierte Bullshit, um es mal sachte zu nennen, sozusagen in die alternativen Kreise hinein zu infiltrieren. Manchmal ist es auch so, dass diese Insider auch nur aus einem mittleren Management kommen und dementsprechend nur das Narrativ aus dem, da sind wir beim Anfang, wo wir eingestiegen sind, dass sie eben auch nicht das Narrativ von ihren Chefs kennen, sondern auch nur die Realität, mit der sie auf ihrer Ebene konfrontiert wurden. Nur das Zahnrädchen, das halt weiß, in welche Richtung es sich drehen muss, damit es sich überhaupt dreht. Aber die glauben das. Genauso wie die Klimakleber glauben, dass sie damit die Welt retten. Genau. Ja, die glauben das tatsächlich. Und das sind auch keine schlechten Menschen. Die sind nur eben so informiert und die glauben das. Und Bill Ryan hat letztendlich selber, er hat auch, wo ich sagen würde, er hat sehr viel mit Menschen zu tun gehabt. Er hat den tief in die Augen geguckt und ein gutes Bullshitmeter gehabt. Bullshitmeter. Und er hat eben auch gesehen, der hat auch selber gespürt, okay, der Typ hat mir 50% von dem erzählt, was ich auch glaube. Und dann hat er 50% eine andere Geschichte erzählt und da hat er auch schon mal das Gefühl, werden diese Whistleblower und Agenten zu mir geschickt, um mich zu verwirren und auch damit, ich gebe das weiter. Er kann dann auch nur sagen, okay, ich hau das jetzt hier rein, ich habe meine eigenen Zweifel. Das muss man vorne wegnehmen. Aber 2010 passierte etwas, dass da auch, dass sich ein weiterer Whistleblower ganz direkt bei ihm persönlich gemeldet hat. Und diese Person, das war jetzt nicht so einer, der behauptet, er wäre da in irgendeinem schwarzen Projekt drin gewesen, den kennt keiner, der kann das nicht mal nachweisen, sondern der behauptet einfach nur. Sondern diese Person hatte tatsächlich eine sehr hohe Position schon beim Militär gehabt. Es wurde nicht genau von Bill Ryan gesagt, aber ich gehe davon aus, bei allen Beschreibungen, dass das ein Admiral, also der Rang Admiral ist sozusagen für Navy Nachrichtendienst, das ist sozusagen dieselbe eben wie ein General, meines Erachtens. Nur eben beim Navy Nachrichtendienst, also bei Laute nennt sich das ein Admiral. Also oberste hierarchische Ebene des Militärs und eben noch des Nachrichtendienstes. Und der hatte bereits seine Militärkarriere hinter sich, hat natürlich während seiner Zeit in dieser Position natürlich auch schon gewisse Erfahrungen gemacht, dass es da mehr gibt, als der Mainstream das so zugeben würde. Und war selber auch Hochgradfreimauer, welche Stufe wurde nicht genau gesagt, es wird wohl nicht 33. Grad oder ganz oben gewesen sein, aber hoch genug. Und dementsprechend, weil er so eine hohe Position hatte, hat er auch eine spezielle Position auch in der City of London gehabt. Und die City of London, das ist ja eine gewisse... Also Militär, Geheimdienst, Freimaurer, City of London. Ja, so. Geht es noch doller? Ja, alle Red Flags sind vorhanden. Ah, okay. Also normalerweise vertraut man diesen Personen wahrscheinlich am wenigsten. Nur Bill Ryan, wie gesagt, hat sich darauf eingelassen, hat sich mit ihm getroffen. Und was sein Herz oder sein Intuition gesagt hat, dass das ein authentischer Mensch ist mit authentischem Gewissensbissen. Also Bullshitmeter, null. Bullshitmeter, hat gesagt, der ist d'accord. Und das, was er ihm erzählt hat, hat letztendlich mit vielen anderen Dingen korreliert, die er schon kannte und die er auch mittlerweile als, sagen wir mal, die größte Deckungsmenge erkannt hatte. Dementsprechend hat er nach dem, nachdem er das, die anglosächsische Mission, oder sagen wir mal, das Interview mit ihm rausgelassen hat, hat er das in mehrere Sprachen übersetzt. Unter anderem auch in Mandarin, so dass die Chinesen auch verstehen. Er hielt das für so signifikant, das muss raus in die Welt. Und, ähm... Ja, jetzt zum Inhalt. Ja, zum Inhalt. Okay, also was der, was der Whistleblower letztendlich sagte, dass er, er wurde 2005 im Kontext, also in der Infrastruktur der Freimaurerei, das heißt nicht, dass das alles unbedingt Freimaurer waren, oder dass es eine freimaurerische Agenda war, aber in der Struktur, weil dort ist Geheimhaltung, äh, natürlich schon von Anfang an, ähm, oberste Priorität. Und innerhalb dieser Struktur wurde ein Meeting abgehalten, sozusagen der anglosächsischen Mission. So, und diese Leute hatten sich nicht zum ersten Mal getroffen. Er wurde irgendwie kam auf die Einladungsliste, aufgrund wahrscheinlich seiner besonderen Position in der City of London und seiner eigenen, ähm, Freimaurer Grades, oder seines eigenen Freimaurer Grades. Und, aber stellte recht fest, recht schnell fest, dass diese, diese Leute sich da nicht zum ersten Mal getroffen haben, sondern dass die letztendlich die Grundlagen schon alle diskutiert haben, dass es nur noch um Details ging, um die man sich da frei ausgetauscht hat. Also da stand schon ein Narrativ fest. Da stand, da stand, die Mission wurde schon klar, es ging jetzt nur noch an die Umsetzung und an welchen Ecken man das umsetzen müsste. Und der musste das sich erstmal wie die Flieger an der Wand sich das anhören und sich reinfinden. Ja, und möglichst nicht so tun, äh, wo, er konnte auch nicht direkt nachfragen, ohne eventuell aufzufallen, als jemand, der, ähm, ja, dem da noch gewisses Wissen fehlt. Ähm, ähm, aber das, was er mitbekommen hatte, war, dass die anglosächsische Mission letztendlich auf einem Wissen und einer Agenda basierte, die letztendlich global ausgeführt wird. Dass es aber unterschiedliche Fraktionen gibt, die letztendlich versuchen, auch noch ein bisschen ihre eigenes, ihre eigenen Ideen mit reinzubringen. Und das war letztendlich die anglosächsische Fraktion, die aber letztendlich mit allen anderen Fraktionen auf einer gewissen Ebene korrespondiert. und eine gemeinsame Absprache handelt. Und, ähm, die wesentlichen Kernpunkte, die die anglosächsische Mission beinhaltete, war, äh, waren auf der einen Seite die Ostmächte, also China und Russland, gegen die NATO ins Feld, mehr und mehr eine Eskalation zu bringen. Ja, das ist eine Tendenz, die wir seit dem 11. September natürlich ganz deutlich erkennen konnten. Was letztendlich auch mit der, mit den Prophezeiungen, und der endgültigen Eskalation auch Russlands mit Europa zu finden ist. Das Zweite ist, ähm, ganz wichtiger Punkt, ähm, das war, dass bereits damals davon gesprochen wurde, dass der, das große Entree in diese ganze eskalierende Entwicklung eine Pandemie sein sollte, die ihren Ursprung in China haben sollte. Man sprach intern von China will catch a cold. Das heißt, China wird sich ein Schnupfen holen. Damit geht's los. Und dieser Schnupfen, also eine Erkältungskrankheit, die global Auswirkungen haben würde, äh, die würde dazu führen, dass die Welt das erste Mal in Ausnahmezustand gerät. Das neue Gesetzmäßigkeiten. Und man sprach zu diesem Zeitpunkt 2005 auch davon, dass das nur die erste Pandemie sein sollte. Dass man also schon 2005 da plante, vielleicht auch mehrere zu machen, die das, sich untereinander, ähm, also die sozusagen in den Rest des Plots mit eingefluchten werden sollen. Hauptsache, dass der Plan bis heute noch so steht. Aber du, äh, wir machen gleich an der Stelle weiter. Ähm, als du gesagt hast, anglo-sächsische Version, das ist die Fraktion, aber es geht um eine weltweite Agenda. Ja. Äh, hatte ich sofort das Gefühl, äh, das, äh, hört sich ja fast so an wie dieses World Economic Forum, das ja ganz oft auch in China, äh, getagt hat und so weiter, dass die im Prinzip auch eine gewisse Agenda verfolgen. du weißt, wovon ich spreche. Ähm, sind das Parallelstrukturen? Ist das, äh, Teil des Spieles? Also, da, 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 da wird es unscharf. Natürlich würden viele Analysten sagen, die, ja, also die, das WF arbeitet ja nur auf einer, sagen wir mal, auf einer hierarchischen Ebene, wie auch Bilderberger, die wir schon besprochen haben. Die, die, die spielen ja ungefähr auf, in derselben Liga. Und für viele ist das schon die oberste, die oberste, die erste Liga sozusagen. Aus meiner Sicht, aus meiner Wahrnehmung, ähm, wie ich das Gesamtsystem bewerten würde, ist das auch nur das mittlere Management. Und wie viel Klaus Schwab jetzt weiß, ja, ob der wirklich an seinen Great Reset, äh, ökonomisch und wie auch immer, was immer das der Great Reset alles beinhaltet, was offiziell auf der WF-Seite steht oder Webseite und was letztendlich noch im Hintergrund spielt und, ähm, ihr werdet nichts haben und glücklich sein. Was da von Ablenkung ist, was letztendlich... Also wenn ich den dritten Weltkrieg überlebe und vielleicht den, den großen Umbruch, der da von außen kommt, dann werde ich wahrscheinlich sehr glücklich sein und wirklich nichts mehr haben. Ja, und dann ist es vielleicht auch dann, ist es vielleicht auch der perfekte Zeitpunkt, das zu implementieren, was sie da vorhaben. Weil dann die Leute so shell-shocked sind, wie sagt man, also so eine Art... Schockstarre. Schockstarre haben, ja, und, und so sagen wir mal, von den Ereignissen so traumatisiert sind, dass sie dann auch bereit sind, alles anzunehmen, was so eine Sonne... Aber das ist doch genau die gleiche Behandlung, äh, im Großen, wie man im Kleinen mit MK-Ultra macht, ne? Nur offensichtlich, es scheint mir so, ja, es scheint mir so, dass man, was der WF jetzt macht, nur antesten und schon mal die Gedanken im Kollektiv zu implementieren. Aber das, glaube ich, auch denen klar ist, dass wir als Kollektiv noch zu renitent sind, als dass wir all ihre Visionen direkt übernehmen würden. Also würdest du sagen, das ist auch bloß ein Werkzeug von denen, die wissen auch noch nicht so ganz genau, ähm, hat der, äh, Klaus Schwab denn schon diesen entsprechenden Grad erreicht, dass er auch schon seinen eigenen Bunker hat? Mit Sicherheit wird er auch seinen eigenen Bunker haben. Okay. Ähm, das ist, das kann man, vielleicht gibt es irgendwo ein Mainstream-Artikel, der genau darüber spricht und das rausgefunden hat, das ist jetzt nichts, weil, das ist eine Mutmaßung, ja. Das könnte die KI auch schon wieder gelöscht haben. Möglicherweise. Ja. Ich sage nur, dass, äh, nach meiner Wahrnehmung, äh, ich kann nicht in die Köpfe reingucken, auch nicht bei einem Klaus Schwab. Glaubt er an das, was er nach außen hin erzählt? Glaubt er das, dass er das in einer friedlichen Art und Weise in den nächsten 10 Jahren oder 20 Jahren umsetzt? Oder weiß er tatsächlich, dass es eventuell ein natürliches, schockierendes Ereignis in Verbindung mit einem künstlich herbeigeführten Dritten Weltkrieg kommt, um danach, nach diesem, nach diesem traumatischen Ereignis, dass dann das Zeitfenster perfekt ist, wenn aus den Bunkern oder aus den, den Dumps wieder diese Smart Cities hervorkommen, dass die Leute dann auch bereit sind, das anzunehmen, weil sie dann, sagen, besser als, ähm, besser als im Keller sitzen. Besser im Keller sitzen oder in der Wildnis rumlaufen, ja, dann nehme ich genau das an. Das kann ich auch nicht sagen. Da kann ich auch nur mutmaßen. Und, ähm, letztendlich, wenn wir nochmal an den Schritt zurückgehen, dass diese anglosächsische Mission letztendlich auch nur die anglosächsische Fraktion eines globalen, einer globalen Gruppierung ist, die um diese Kataklysmen wissen und eben, äh, Dinge wie, äh, gemeinsame Absprache, eben Sachen wie, wie diese Pandemie geplant haben. Dass das schon 2005 feststand, dass das gemacht werden sollte. Dass letztendlich auch 2005 bereits klar war, dass die Eskalation Ostmächte gegen, gegen NATO, dass das forciert werden soll. Und das Beste ist natürlich, ähm, auf Basis dessen habe ich natürlich auch in meinen früheren Vorträgen, jetzt im Januar 2023, und, ähm, letztendlich auch in meinem Buch habe ich natürlich geschrieben, äh, das, was letztendlich noch fehlt, ist, äh, der Nahosten. Weil das wurde auch ganz klar in der anglosächsischen Mission, das ist ganz klar in den Prophezeiungen zu sehen, in der Aneinanderreihung der Ereignisse ist der Nahosten in der anglosächsischen Mission, wie auch in den Prophezeiungen, ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt, ich habe in meinem Buch und in meinen Vorträgen habe ich halt geschrieben, okay, was erwartet uns demnächst Nahosten? Sind die Religionen dann nur im Prinzip die Drehbücher für die einzelnen Gruppen, die hier aufeinander gehetzt werden, um dieses Armageddon herbeizuprovozieren? So, so scheint es mir, dass sozusagen in diesen, ich meine, es gibt die, die klassischen Analysten, ja, da ist jetzt, sagen wir mal, äh, sowas wie ein Thomas Röper, ja, der geopolitisch, jetzt sagen wir mal, sehr, äh, sehr viel zu tun hatte, wenn es darum ging, die russische Sichtweise auch dem, dem Deutschen klar zu machen, so. der natürlich jetzt auch, da diese, da diese Konfliktsituationen global sich natürlich auch hineinspielt in den Nahen Osten, ja, da ist ja da ganz klare, ähm, Kollaborationen, zum Beispiel Iran mit China, aber auch mit Russland gibt, ja, und will spätestens, wenn die Amerikaner jetzt die Israelis unterstützen, äh, und die, die Iraner wieder sagen, na ja, aber wenn er jetzt hier die, ähm, wenn er den Gazastreifen da platt macht, dann mischen wir da auch mit. also, spätestens da kommt ja auch wieder ein Thomas Röper als Experte mit rein, aber der sieht das letztendlich, er ist ein guter Journalist, er kann dir genau sagen, wann welcher Vertrag gemacht wurde, ratifiziert wurde und wann er wieder gebrochen wurde und kann daraus ableiten, wo wir da schon stehen in der Eskalation und was die eine Fraktion jetzt machen wird oder die andere. Aber auch er, gerade jetzt im letzten Interview mit, äh, äh, Robert Stein wurde klar, dass er überhaupt nicht auf dem Schirm hat, dass die Aktionen, die speziell im Nahen Osten passieren, ja, zwischen den, äh, sagen wir mal, fundamentalistischen jüdischen Strömungen, aber auch die fundamentalistischen, äh, islamischen Strömungen oder letztendlich auch die fundamentalistischen christlichen Strömungen, dass die sich letztendlich alle einig sind in ihrer fundamentalistischen, ähm, Einordnung oder letztendlich, äh, ihre Agenda oder auch ihre Prophetie in ihren heiligen Schriften, dass sie alle ein Interesse daran haben, dieses Armageddon zu schaffen, weil nur dann der Mardi oder der, 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 der Wiederkehr Jesu oder der, ja, nur dann passieren kann, äh, wenn, wenn es zum großen Reinigen ein Gewitter kommt in, in Form von einem, Also du sagst, in all diesen Religionen wird ein ähnliches Szenario beschrieben, dass es erst zu diesem, äh, ja, sagen wir mal, Dritter Weltkrieg oder wie auch immer kommen muss, ja, um dann in letzter Sekunde den Gott zu erscheinen, Erscheinung zu bringen und dann irgendwie wird alles besser. Ob das jetzt direkt Gott ist oder, äh, es sieht, also, letztendlich, Wolfgang Ecker ist jetzt, sagen wir mal, die Autorität, die über Jahre hin geforscht hat und eben auch immer, und er ist auch nicht, äh, sicherlich nicht der einzige Analyst, der erkannt hat, dass es gerade im Nahen Osten aber auch schon in der amerikanischen Politik, dass dort auch fundamentalistische christliche Ideologien in die Politik mit hineinspielen, die alle letztendlich nicht nach objektivierbaren oder rationalen oder geostrategischen Prämissen agieren, sondern die nach, nach religiösen Ideen äh, agieren und, äh, da kann man, das, das verschleiert sich natürlich bei den Amerikanern, da ist zwar immer irgendwie ein Gott wie Trust mit drin, aber da verschleiert sich das noch, das ist eher so im Untergrund, aber spätestens bei, auch bei den Zionisten oder ultraorthodoxen Juden, aber auch in diesen ähm, islamischen Kreisen, da ist diese, diese, diese fundamentalistische Vorstellung äh, und damit eben so eine Art Drehbuch, auf das zugegriffen wird, um diesen dritten Weltkrieg zu initiieren, also diese Leute, die letztendlich auf der Ebene, die bei der anglosächsischen Mission in, äh, auf der Agenda hatten, dass sie sozusagen den dritten Weltkrieg und damit auch den Nahosten, den Funken sozusagen, wie Irrmeier sagt, ja, den, ähm, sozusagen das, das Pulverfass anzünden, ja, die, die bauen natürlich sich auf etwas auf, ähm, was schon immer da gewesen ist in dieser religiösen, in, in dieser ganzen, äh, religiösen Prophetie oder also religiösen Glauben in den fundamentalistischen Strömungen. Könnte man sagen, dass die Religionen jetzt, ich mach's mal ein bisschen flapsig, die Schnauze voll haben, die wollen jetzt endlich Showdown haben und, äh, äh, lass es hinter uns bringen, na, das, äh, endlich unsere Aufgaben und das Martyrium, äh, hinter uns liegt. Ich glaube schon. Ich glaube, dass letztendlich in allen Religionen natürlich auch diese Vorstellung besteht, dass, äh, dass die Welt so wie sie ist und das, ich denke, da, da, da muss man nicht unbedingt religiös sein, um zu sagen, ich, äh, ich hab das Gefühl, dass hier einiges außer, aus dem Ruder gelaufen ist. Ja, und dass es so eine Art Reinigung nötig hat, oder das, äh, das sagen, das sagen wir ja auch als Alternative, die jetzt im, äh, die sagen, war, die Politik uns angucken. Ja, weißt du, äh, es gibt ganz viel aufzuräumen, aber ich frage mich, warum brauchen wir dann erst mal einen Weltkrieg? Warum brauchen wir im Prinzip drei Religionen, die eigentlich alle im Prinzip eine Abspaltung sind aus dem Alten Testament, die sich jetzt gegenseitig die Birne einhauen? Warum brauchen wir eine Bevölkerungsreduktion? Äh, äh, Georgia Guidestones spielt da rein. Warum müssen wir erst mal mit der Impfpflicht oder was weiß ich, irgendwelche, äh, Sterilitäten in der Bevölkerung inspizieren, wenn nachher sowieso alles zusammenfliegt? Ist das nicht, äh, doppelt gemoppelt und dreimal? Tatsächlich war es auch so, ähm, dass bei der anglosächsischen Mission, der, der Whistleblower hatte ja, hatte ja bis, hatte, 2005 hat er das, war er bei diesem Treffen, hat das aufgesaugt, ja, was er dort gehört hat und als Erklärung, äh, kannte er nur, ergab sich für ihn nur eine Sache, das ist die Vorbereitung auf diesen Zyklus, auf diesen 12.000 Jahre nach seiner, aber nochmal die Frage, klar, der sagt, das ist die Vorbereitung. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich ein bisschen ausholen. Und, und das war letztendlich so, dass, ähm, was dann passierte, weil da habe, habe ich vorhin auch nochmal, ich komme zu der, ich komme auf deine Frage, ähm, dann war es tatsächlich so, als diese anglosächsische Mission publiziert wurde oder die, die Transkripte von Bill Ryan rausgebracht wurden. Da war das noch eine Vogel, auch wenn es korrespondierte mit den Prophezeiungen, mit denen ich vorher schon Kontakt hatte, habe ich sie erstmal zur Seite gepackt, wollte davon wieder nichts wissen. Aber ich habe es in meinem Hinterkopf behalten, auch aus dem Grund, weil Bill Ryan kurze Zeit später persönlich auf mich zukam durch einen Zufall oder eine Synchronicität, ein persönliches Treffen und er mir nochmal gesagt hat, Christian, ich habe den Mann, der hatte einen meterlangen Eintrag bei Wikipedia, das war nicht irgendein, das war ein echter Gentleman mit echten Gewissensbissen, das habe ich gespürt und der hat fünf Jahre gewartet und musste darüber auspacken, was er da gehört hat und der musste mit mir reden und ich fiel das für so signifikant, dass ich es auch in allen Sprachen verbreitet habe und seitdem ich das gemacht habe, werde ich massiv vom System unter Druck gesetzt. Ich habe schon über alles, 11. September, ich habe alle möglichen UFO-Basen auf dem Mond, ich habe schon über alles gesprochen. Das ist doch wie beim Fußball, man sagt da nur, wer den Ball hat, wird angegriffen. Ja, aber er hat ja schon öfter mal, sagen wir mal, den Ball in einige Felder gespielt, aber das war zum ersten Mal, wurde er massiv angegriffen, ich hielt es erst noch für ein bisschen dramatisch, vielleicht übertreibt er auch ein bisschen, er hat mir schon im Vertrauen gesagt, was da so gerade gleichzeitig passiert ist und aber tatsächlich zwei Wochen später hat er sich, zwei, drei Wochen später hat er sich dann nach Südamerika abgesetzt und es wurde von der größten alternativen Medienoperation Bill Ryan an der Spitze war verschwunden und die meisten wussten nicht mal warum, aber er sagte mir es persönlich, die anglosächsische Mission war der Grund, warum ich sie unter Druck gesetzt wurde und dann ist er tatsächlich verschwunden, das gab denen natürlich wieder Glaubwürdigkeit. Ich habe es trotzdem im Hintergrund gemacht, warum, warum, weil die Antwort, die konnte auch der Whistleblower nicht genau sagen, er sagte, die Frage, okay, die wollen Nahen Osten in Brand setzen, die wollen hier künstliche Pandemien und die Bevölkerung reduzieren, die wollen letztendlich den dritten Weltkrieg, wo auch NATO gegen Russland und China ins Feld zieht, warum, warum dieser ganze Wahnsinn und er sagte, ich weiß auch nur, dass es zusammenhängt mit der Vorbereitung, so habe ich es dort vermittelt bekommen mit der Vorbereitung auf diesen kataklysmischen Zyklus und mehr konnte dazu nicht sagen. Also, ich habe ja selber dann angefangen, darüber nachzudenken. Dann ist ja die Frage, ob dieser kataklystische Zyklus tatsächlich ein mechanisches Ding ist, wo jetzt irgendein Planet oder irgendwas oder Plattenverschiebung, Erdverschiebung, Polverschiebung, vulkanisch Flut und Sinkflut und drei Tage Dunkelheit, ob das alles dann so kommt oder ob der kataklystische Zyklus tatsächlich nur in der Religion und im Denken vieler Menschen und dieser Gruppen da angelegtes Streben nach diesem Armageddon ist, um dann zu sehen, ob Gott kommt. Ja. Und ob dann drei verschiedene Götter kommen oder ob das der gleiche ist oder ob sich dann der eigentliche Versuchsleiter uns dann offenbart und wir bloß Kaninchen sind. Da gibt es verschiedene Ebenen, von denen man das betrachten kann. Natürlich bin ich letztendlich auch immer noch ein materialistisch denkender Mensch. Ich kann natürlich auch, sagen wir mal, multidimensional, spirituell, ganzheitlich denken, aber letztendlich mein Verstand, der möchte auch immer befriedigt werden und der Verstand ist letztendlich ein Element, was gerne Fakten, möglichst wissenschaftlich, möglichst evident nachvollziehbare Elemente braucht und zu sagen, okay, gerade wenn es so ganz schwurbelig wird, dann möchte man doch gerne irgendwas haben, wo der Verstand sagen kann, glaube ich. Da glüht der Aluhut, der braucht aber zu einer Abkühlung. So, okay. Und das war dann 2020 als letztendlich dieser Baustein der globalen Pandemie, der 2005 bereits geplant und 2010 über die anglosächsische Mission verbreitet wurde. Da habe ich mir gesagt, okay, check, das ist jetzt passiert. Seit 2010 die Eskalation mit Russland und China, check, das ist definitiv weitergegangen. Das war zwar noch nicht 2022, wo Ukraine den nächsten Eskalationspunkt gebracht hat, aber da sind wir weitergegangen. Und Nahosten stand zu dem Zeitpunkt noch nicht auf dem Programm. Aber das brodelte jetzt ordentlich. Das brodelte schon damals. Und dann musste ich mich fragen, okay, die Frage, gibt es, jetzt musst du da tiefer reingucken. Also nach dem Motto, deine Zweifel waren da, jetzt sind diese drei Aussagen, die schon längst getätigt wurden, auch im Nachhinein ablesbar, konkret. Und jetzt sagst du, okay, was haben die denn sonst noch so prophezeit? Du bist jetzt eher geneigt aufgrund der drei Ereignisse, die mehr oder weniger bestätigt sind, jetzt auch dem ganzen Werk, sozusagen der ganzen Aussage mehr, Sinnhaftigkeit beizumessen. Also da diese Elemente, also außer Pandemie, das zeichnet sich in den, aber wir wissen ja auch, dass diese Pandemie ja eher eine mediale war. Okay, wollen wir nicht weiter drüber reden. Aber sagen wir mal, die anderen Elemente, Nahe Osten, Dritter Weltkrieg, auch so Untergang, wirtschaftlicher Niedergang Deutschlands, man wird Männlein von Weiblein nicht mehr unterscheiden können. Das sind ja alles Elemente aus der Prophezeiung. Und da gibt es eine Deckungsmenge, wiederum mit der anglosächsischen Mission. Und auch die Prophezeiung, wie die anglosächsischen Missionen, gehen nicht nur auf, dass es da einen dritten Weltkrieg geben soll, sondern dass der, und da gibt es dann auch dieses Element, der Kataklysmus, des natürlichen äußeren Kataklysmus. In den Prophezeiungen wird ja ganz klar die Symptome genannt. Da werden, was ist ich, Überflutungen, vulkanische Aktivitäten, veränderte Klimazonen. Und da musste ich erst mal gucken, okay, da gibt es diesen 12.000 Jahre Zyklus, von dem habe ich früher schon mal gehört, auch im Kontext von alten Hochkulturen. Ja, also da kommt das Thema ja auch von diesen Zyklen, das war mir jetzt nicht ganz fremd. Und da musste ich jetzt mal tiefer reingucken, gibt es da wissenschaftliche Modelle? Ja, ist dieses wahrscheinlich abgefahrenste Element dieser Prophezeiung und auch der anglosächsischen Mission, gibt es da eine wissenschaftliche Grundlage? Und da hatte ich dann natürlich 2020 viel Tagesfreizeit. Das war dann der Moment, wo ich dann angefangen habe, die Bücher von Hepgott zum Beispiel zu lesen oder von Chan Thomas, das sind so die Klassiker oder Wenlenkowski, das sind die Klassiker, die sich eben schon mit diesen Erdveränderungen, geologischen Indizien und so weiter beschäftigt haben. Aber letztendlich der Ausgangspunkt, überhaupt in die Sache hineinzuschauen und abzuwägen, gibt es da ein wissenschaftliches Modell, was das auch unterstützt? Das waren letztendlich die Prophezeiungen, die anglosächsische Mission, das waren die, die mich getriggert haben, überhaupt in die Richtung zu denken. Also wir haben zwei Ebenen. Wir haben einmal die Ebene des Glaubens. Glauben die Menschen, dass es so und so kommt und da gibt es ja diese selbstbewahrheitete Pygmalion-Effekt, also selbstbewahrheitete Vorhersage, weil ich glaube, dass es kommt, verhalte mich auch so und deswegen kann es ja auch kommen. Also nach dem Motto, Massendenken führt auf diesen Punkt und der Umbruch, der kommt vielleicht von uns selbst aufgrund unseres falsches Denkens. das hat mit außen gar nicht so viel zu tun oder da gibt es was Äußeres, was auf uns zukommt, was mit unserem Denken gar nichts zu tun hat. Oder vielleicht sogar beides synchron, wer weiß. Da kann man sich nicht festlegen. Das kommt natürlich durch die eigene Färbung, kommt erst mal auf die eigene Färbung. Ich habe letztendlich die Phönix-Hypothese. Natürlich ist das Thema Präkognition, und da kann jemand in die Zukunft sehen für einen Materialisten schon schwer zu abstrahieren. Wenn er es aber mehrfach bewiesen hat, dann sollte man es nicht ganz zur Seite schieben. Man könnte zumindest sagen, da gibt es diese Quellen. Da gibt es diese vielen Quellen der Propheten. Woher die das jetzt genau wissen, wussten. Da kann man denn als Materialist sagen, vielleicht haben da Geheimdienste den Leuten das untergeschoben. Ja, woher wussten die Geheimdienste? Vielleicht, weil es ein Plan war. Ich meine, ich kann mir noch vorstellen, als Materialist kann man diese Quellen nicht ignorieren. Man kann auch nicht ignorieren, dass es dann eine Deckungsmängel zwischen unterschiedlichsten Zeitepochen, wo diese Menschen gelebt haben, diese präkognitive Wahrnehmung hatten, und dass die irgendwie alle eine Geschichte erzählen. Da kann man auch noch sagen, okay, die haben von der NAPI geschrieben. Aber selbst dann wird es kritisch, weil, wie auch immer. Ja, ich will nur sagen, das ist ja oftmals das Problem mit diesen Naturwissenschaftlern. Die können mir erklären, dass sich zwei Magneten anziehen oder abstoßen, je nachdem, wie ich sie halte. Warum allerdings die sich anziehen und abstoßen, das wissen die nicht. Das ist richtig. Also, ich habe Modelle. Gut, wollen wir mal jetzt ganz konkret mal so im Schweinsgalopp in so ein paar Fragen einsteigen. Na klar. Ja, so. Wir hatten die Zuschauer ja gefragt, einen Teil davon haben wir schon gestreffen. So, aber trotz alledem ist ja die Frage, es ist ja auch im Raume, wer steuert das Ganze? Ist das eine KI? Ist das eine Elite? Ist das ein Mensch? Oder ist das eine KI? Und dann ist immer noch die Frage, wenn das eine KI sein sollte, die uns alle quasi auf unserer Ebene mit gewissen Narrativen ausstattet, damit dieses Spiel so funktioniert, wie es gespielt wird, wir hatten die KI programmiert. Das ist die Frage, die gekommen ist. Also, wo wir eigentlich eingestiegen, Thema davor war ja, dass ich die Phoenix-Hypothese letztendlich versucht habe, aus einer sehr materialistischen Ebene, um es möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, auf einer politischen, geopolitischen Ebene, zu argumentieren, wobei ich schon die Prophetien mit reingenommen habe, die schon grenzwertig sind für einen Materialisten. Okay? Aber letztendlich bin ich als Person ja nicht ein reiner Materialist, im Gegenteil, sondern ich bin eher genau das Gegenteil. Ich bin, glaube ich, ein sehr ganzheitlich denkender Mensch, der letztendlich auch die Realität als solches noch in ein wesentlich multidimensionaleres Modell verstehen kann. Und wer hat dir dieses Narrativ angeredet? Ja, das ergibt sich auch so aus dem Prozess, wenn man mit ganz vielen Dingen konfrontiert wird. Ja, ja. Also, wir wollen bescheiden sein, ja? Ja. Also, okay. Ja, ich meine, ich bin ja auch mit, letztendlich habe ich auch mit Dieter Bröss zum Beispiel zusammengearbeitet. Der war, ich hatte schon vorher so spirituelle, so eigene Erfahrungen, auch so Synchronicitäten zum Beispiel. So komische Zufälle, die einem begegnen. Und Dieter war zum Beispiel dann auch ein Lehrmeister für mich, der mir zum Beispiel auch das Modell von Burkardheim, das zwölfdimensionale Quantenfeldmodell sozusagen, oder Émile Charon und solche Dinge, der mir erklärt hat, was Non-Lokalität bedeutet oder eine Welle-Teilchen-Dualität, was das eigentlich im tieferen Sinne, philosophischen Sinne, wie man da auch ein spirituell, wie man Wissenschaft mit Spiritualität auch vereint. Ja, also da habe ich natürlich ganz viel Zugang bekommen und dementsprechend habe ich auch ein sehr, kann mir die Realität auch noch mal aus einem ganz anderen, nicht materialistischen Winkel betrachten. Genau. Ich verstehe aber, dass die materialistische Ebene eine ist, mit der man, sagen wir mal, mit jedem gut reden kann. Ja, natürlich. Und wenn es jetzt so Sachen wie KI geht, dann kann man das wieder materialistisch sehen und kann sagen, zum Beispiel, dass man, ich denke, das ist kein Geheimnis, dass der militärisch-industrielle Komplex auf Techniken zugreifen kann, die wir vielleicht erst in 20 oder 30 Jahren sozusagen auf dem freien Markt verfügbar haben. Ja, wenn wir jetzt sagen, wir haben eine Vorstellung, was eine KI ist, wie ShedGDP, dann ist das eine Technologie, die bereits vor 20 Jahren existiert hat. Ja gut, das Internet wurde auch erst der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, als es das Militär schon lange hatte. Oder das Projekt, das Echelon-Projekt in England, wo man schon weltweit Telefonate abgehört hat, also elektronisch abgehört hat und analysiert hat nach Schlüsselwörtern. Das passierte in den 80er Jahren. Und Software für den zivilen Markt, die Stimmen erkennt, transkribiert, das war vielleicht 20, 30 Jahre später. Also nur mal als Beispiel, welches man extrapolieren kann, das wahrscheinlich schon vor 20, 30 Jahren hochentwickelte künstliche Intelligenz vielleicht schon vorhanden war. Okay, ich muss sagen, also Siri, falls du jetzt ja zuhörst, wir veröffentlichen dieses Interview zuerst, du nicht. So, okay. Da haben wir das auch besprochen. Gut. Also das wäre die materialistische Ebene, dass man sagt, okay, auf Basis der Phoenix-Hypothese, wir haben da eine globale Herausforderung und wir müssen ganz viele Dinge miteinander koordinieren, Dinge, die wir schon besprochen haben, vom Bunkerbau bis, wie koordinieren wir die Menschen? Also quantitativ. Also diese Vielzahl von Informationen und Fehlinformationen zur Steuerung zu koordinieren. Ja, sodass man das eventuell, auch die Prognosen, was müssen wir machen, um das möglichst optimale Ergebnis zu erzielen. Zum Beispiel eben, dass wir im Vorfeld zum Beispiel die Bevölkerung reduzieren, um einen kontrollierten Wiederaufbau zu garantieren, weil wir zum Beispiel das Militär oder mögliche Elemente schon im Vorfeld ausschalten, die einen kontrollierten Wiederaufbau im Weg stehen könnten oder gefährden könnten. Das kann man ja vorher simulieren durch KI. Das Militär könnte ja auch stören, wenn es nämlich meint, die Macht übernehmen zu wollen, weil es aus deren Sicht, mit deren Narrativ jetzt irgendwie aus dem Ruder läuft, wie viele Militärputsche und Übernahmen gab es jetzt schon. Und vielleicht ist das Militär dann an irgendeinem Punkt dann auch so, dass man sagt, okay, die können wir jetzt eh nicht mehr umprogrammieren, aber die müssen weg. Die würden uns dann in Zukunft ins Handwerk pushen. Ja, also auch die Frage, warum zum Beispiel diese Bevölkerungsreduzierung oder war man zum Beispiel es kurz vor dem kataklysmischen Ereignis sozusagen auf einen Weltkrieg anlegt, da könnte es Simulationen von KI, gesteuerte Simulationen geben. Wie kann man das optimale Übergang nach einem so einem Kataklysmus, dass man eine neue Ordnung installiert, ohne dass andere zurückgelassene Strukturen, wie zum Beispiel das Militär, zum Beispiel anfangen, ihre Loyalität zu den Verbunkerten zu hinterfragen. Also wäre es doch gut, wenn man die vorher zu reduziert. Ich habe dazu viele Beispiele gegeben, gerade auch in meinen Vorträgen, warum es aus militärischer Sicht oder aus der Sicht einer KI, die im Hintergrund Entscheidungen trifft, vielleicht notwendig oder zumindest hilfreich wäre, die Bevölkerung zu reduzieren im Vorfeld und das Militär. Warum auch ein Dritter Weltkrieg aus einer gewissen materialistischen Sicht sinnvoll ist, um einen möglichst kontrollierten Übergang zu schaffen und nicht ein Szenario zuzulassen, was so eine Art Mad Max-Szenario nicht so ist. Na gut, es gibt ja überall eine gewisse Unschärfe. Es gibt überall auch diese Schmetterlingstheorie, du kennst es ja, diese Chaos-Theorie. Und je mehr Unbekannte du berechnen musst, desto sicherer wird das Ergebnis. Also so nach dem Motto, die Unbekannten, also die unkontrollierbaren Menschen müssen wir reduzieren und je weniger wir davon haben, desto besser sind die kontrollierbar. Ja, exakt. Also da ist, ich nehme an, dass da innerhalb der Entscheidungsträger auf einer reinen materialistischen Ebene, dass da auch KI oder Computersimulationen benutzt wurden, um eventuelle Entscheidungen nicht nur zu koordinieren, sondern auch vorher abzustimmen, was Sinn ergeben würde oder nicht. Aber auch dieses Ding, wenn ich jetzt mal kurz in deine Notizen reingucke, das kann man natürlich auch wieder ganzheitlich oder höherdimensional betrachten, weil ich sehe nämlich hier, dass das im Kontext von Alexander Laurent diskutiert wird. Und das Alexander Laurent-Narrativ ist ein wesentlich komplexeres. Da gehen wir davon aus, da sind wir nämlich an diesem Punkt, dass Realität so eine Art virtuelles Konstrukt ist und dass innerhalb dieses virtuellen Konstrukt sozusagen auch eine KI, also eine künstliche Intelligenz angefangen, höhere Dimensionen von da raus in diese Realität mit einzuwirken. Das ist auf jeden Fall ein wesentlich komplexeres Szenario und ich will es nur zu den Leuten, die das Alexander Laurent-Narrativ kennen, weil letztendlich die Kataklysmen da auch eine ganz wesentliche Rolle spielen. Und ich muss sagen, als ich damit zum Beispiel später konfrontiert wurde, das ist schon interessant. Ich würde bei Alexander Laurent nicht mit innen, ja für diejenigen, die das kennen, ich würde da nicht mit jedem Punkt mitgehen, was er da sagt, aber grundsätzlich ist es interessant und ich würde sagen, dass viele Elemente auch für mich da nachvollziehbar sind. Aber das würde definitiv den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt auf Alexander Laurent und diese KI da Vorstellung eingehen. Auf jeden Fall, ob das jetzt eine KI macht oder ob das jetzt Menschen machen, die uns in einer gedanklichen Matrix halten, das sei mal dahingestellt. Hier wird jetzt noch gesagt, vielleicht muss man sich auch einem technischen Hilfsmittel bemühen, wenn man so einen perfiden Plan mit Menschheitsreduzierung und so weiter verfolgt, um nicht selber die Schuld komplett auf sich zu laden. Also sprich, da macht man ja seinen Karma richtig kaputt. Na gut, das ist auch schon interessant, dass letztendlich offensichtlich, es schaut ja fast so aus, als wenn fast alle ein Narrativ bekommen, wo sie auch, wenn sie mitmachen, auch freiwillig mitmachen. Ja auch, das muss man ganz ehrlich sagen, natürlich wurden Menschen massiv unter Druck gesetzt, hatten Angst, ihren Job zu verlieren, hatten Angst, ihr Haus zu verlieren. Ja, das sind ganz individuelle Situationen, wo Menschen massiv unter Druck gesetzt wurden. Aber es ist gleichzeitig aber auch nicht so, dass wir tatsächlich eingesammelt wurden und uns wurde da was reingerammt. Ja, also man hat schon, man hat schon irgendwo darauf geachtet, dass egal, ob das jetzt bei, ob wir jetzt als Hamas-Krieger in den Krieg ziehen oder ob wir jetzt als Israele sagen, wir wollen den Gegenschlag oder ob es jetzt da, machen wir bei der Pandemie mit und auch bei den uns suggerierten Therapeutika, dass da eine gewisse Freiwilligkeit noch immer vorhanden war und dass endlich, wer nicht wollte, wer wirklich nicht wollte, der hat auch immer einen Weg gefunden drumherum und selbst wenn es, sagen wir mal, in einem Rahmen ist, wie viele es auch gemacht haben. Und viele sprechen ja auch von einem großen Test, dass man einfach mal austesten wollte, wie viele Menschen können sich steuern lassen oder werden sich steuern lassen. Und letztendlich, sagen wir mal, wenn man als Betroffener, wir waren ja alle Betroffene, wo wir eben auch vor die Wahl gestellt waren, du kannst noch dies oder kannst noch jenes oder deine Grenzen oder deine Rechte werden eingeschränkt, wenn du nicht dies oder jenes hast oder diesen Zettel. Jetzt ist auch die Frage, wer sich wirklich sicher war und seinem Gefühl vertraut hat, dass letztendlich ein Angriff auf den eigenen Körper und das eigene Wohlbefinden oder eigene Gesundheit stattfindet, dann ist jegliche Antwort darauf Notwehr und legitimiert letztendlich alles. Ja, ja, aber... Aber viele waren wieder in autoritären Glauben, nein. Ich nehme mal hier diesen Halbsatz hier mit. Wenn alles nur eine Show ist, einschließlich Raumfahrt, Politik und Krieger. Was ist dann Realität? Wir machen selber Realität. Also man kann ja auch den Weihnachtsmann so realen. Wir hatten das am Anfang. Auch der Weihnachtsmann und die Angst vorm Weihnachtsmann kann absolut real sein, weil letztendlich alles irgendwo in unserem Bewusstsein stattfindet. Ich hatte am Anfang Angst und da habe ich mich gefreut und das war immer so ein zwiespältiges, bis dann das Narrativ aufgeflogen war. Aber genauso wie Regierungen. Die sind ja wie Mutti Merkel. Mutti Merkel. Sorry, ohne Kommentar. Die hat uns ja auch Angst gemacht. Es ist der Wahnsinn. Jetzt etwas, was in verschiedenster Form in den Fragen immer wieder kam. Immer, immer wieder. Und zwar hier steht zum Beispiel Fehler in der Menschheitsgeschichte, Geschichtsschreibung. Sie schreiben die Geschichte. Es gäbe so viele Lügen aufzudecken. Aber ich will das jetzt, man verzeihe mir, mit den anderen Kommentaren mal verbinden und sagen, was ist überhaupt richtig? Es gibt auch ganz viele Kommentare, die sagen, es steht doch alles in der Bibel. Es gibt viele, viele Lügen, aber die Wahrheit steht in der Bibel. Es gibt viele, viele Lügen, alles ist gelogen, aber die Wahrheit steht in der Bibel. Das ist ja ein Widerspruch in einem Satz. Wie wahr ist denn eigentlich, ich will das jetzt nicht auf die Bibel beschränken. Es gibt ja verschiedene solche Bücher. Ich möchte es ja nur mal Bücher nennen, die zum Teil ja auch Übersetzungsfehler haben, die Weglassungen haben, die Interpretationen hatten über Generationen hinweg, die zum Teil auch gleiche Geschichten erzählen, bloß mit anderen Namen in anderen Jahrhunderten, wo offensichtlich so eine Schrift ja auch zusammengewürfelt ist in gewisser Weise und dann noch mal zensiert wurde und heute als Wahrheit dargestellt ist. Wie stellst denn du dich zu diesen heiligen Schriften? Ich glaube, dass... Sind die überhaupt heilig? Das ist die Frage, wie man heilig definiert. Ja. Also ich glaube, dass von heiligen Schriften und nicht heiligen Schriften, ich glaube von allem, was letztendlich als Information da draußen existiert, in Buchformen, in verbaler Aussage, wie auch immer, dass alles gewisse Distortions, wie sagt man auf Deutsch, gewisse Verzerrungen drin stecken. Ja, dass Wahrheiten manipuliert, in den falschen Kontext gestellt wurden, verwässert. Also das reine Quellen, wirklich reine Quellen, ich würde nicht eine Schrift oder ein Buch oder hernehmen und sagen, das ist die hundertprozentige Wahrheit. Das gibt es, glaube ich, gar nicht, sondern ich glaube, das alles letztendlich schon. Aber da reißt du jetzt viele Leute weg von einem Stängel, an dem sie sich krampfhaft festhalten, weil sie denken, ich traue diesem Stängel. Ja. Das andere ist mir alles suspekt, aber dem will ich jetzt bitte trauen, bitte nehmen wir diesen Stängel nicht weg. Ja, dann sollen sie an dem Stängel weiter festhalten. Ja, ich kann nur sagen, wie ich versuche, durch diese Realität zu navigieren, indem wir natürlich jeden Tag herausfordert werden und verschiedenen Narrativen begegnen und verschiedenen Ausdeutungen. Da habe ich schon mal gesagt, dass letztendlich am Ende mein Verstand und möglichst mein inneres Bullshit, Meta oder nennen wir es unsere Intuition, oder meine Intuition, dass sie versuchen, möglichst irgendwie eine gewisse Korrespondenz zu erreichen, wo sie sagen, okay, darauf können wir uns einbringen. Das ist die Deckungsmenge. So ungefähr kann ich das. Okay. Also es geht um eine Deckungsmenge. Du erkennst jetzt nicht bei irgendeinem Ding die absolute Wahrheit an. Und diese Torsion, das ist ja diese In-Sich-Verdrehung. Man sieht es von außen gar nicht. Torsion beschreibt ja eigentlich dieses Problem mit diesem Stab, dass dann quasi so in sich verdreht wird. Wird er zum Teil auch als Federung bei Autos eingesetzt. Deswegen weiß ich das. Aber du siehst es dem Stab nicht an, dass er verdreht ist. Aber er ist verdreht. Okay. Nur mal als Beispiel. Als ich dann angefangen habe, versucht, dieses wissenschaftliche Modell, was beschreiben denn da die Propheten eigentlich? Oder was beschreibt in der anglosächsischen Mission, was ist dieser Zyklus von 12.000 Jahren? Und versucht habe, das wissenschaftlich. Da gab es so viele Modelle, die letztendlich wieder eine Deckungsmenge hatten, die sich aber in ganz vielen Details aufhören. Die aktuellen Forscher von Suspicious Observers, Ben Davidson, Douglas Vogt, das sind so die internationalen, die sind sich in so vielen Details nicht einig. Es gibt einen Kernbereich und ich bin auch nicht derjenige, der ihre Forschung noch von 20 Jahren oder 30 Jahren noch anfängt. Aber ich erkenne die Deckungsmenge. Und da, wo ich sage, das könnte mit Sinn ergeben und gewisse Details können mir auch im Grunde genommen egal sein. Es geht um letztendlich das größere Bild zu erkennen. Und wenn es da Unschärfebereich oder vielleicht sogar gewisse Paradoxien gibt da drin, dann kann ich die auch erstmal stehen lassen und lasse das Bild sich weiterentwickeln. Und da wird es immer, dass das Wahrheitserkennung, wenn es die ultimative Wahrheit überhaupt gibt, ist immer ein dynamischer und fortwährender Prozess. Ja, also wir sind ja auch auf der Suche nach der Wahrheit und du bist ja auch ein Mensch, der sich zwar bemüht, ganz tief in diese Dinge reinzugehen und das miteinander zu verknüpfen, aber gleichzeitig, und das macht dich eigentlich für mich ziemlich glaubwürdig als Menschen, bist du immer noch demütig und sagst, okay, ich versuche das zu deuten, ich versuche die Puzzlestücke zusammenzusetzen, ich versuche zu erkennen, was hier gespielt wird, als Vorschlag, dass alles das, was euch erklärt wird im einfachen Narrativ und jetzt sind wir wieder bei deiner Militärgeschichte, das ist der Gute, das ist der Böse, das stimmt so nicht. Dass ihr aus diesem Kinderdenken rauskommt, also dass wir, also auch ich aus diesem Kinderdenken rauskomme. Ja, ich versuche letztendlich, also dieses Narrativ, das letztendlich ist nicht nur um Geostrategie oder von mir aus um den dritten Weltkrieg aus einem religiösen Narrativ, sondern dass letztendlich auch diese ganze Kataklysmusnummer mit in das Gesamtbild hineinspielt. Dafür habe ich halt gewisse Puzzlestücken gefunden und die biete ich halt an, weil sie das Gesamtbild doch ergänzen und letztendlich aus meiner Perspektive eher noch abrunden und sogar eine gewisse Sinnhaftigkeit hineinbringen. Diese Puzzlestücken muss aber nicht jeder annehmen. Jemand kann auch ganz so, ich biete nur an, sage auch, dass ich da mit gewissen Elementen meine Schwierigkeiten habe, dass ich auch nicht jeden Aspekt genau nachvollziehen kann. Selbst die Wissenschaftler haben doch riesen Schwierigkeiten, nur allein Thema Quantenphysik. Wir können da etwas beobachten, was wir manchmal nicht beobachten können. Wenn wir es beobachten, beobachten wir das Gegenteil und wenn wir weggucken, ist es wieder da. Und keiner kann es so richtig erklären. Jetzt wird natürlich versucht, damit schon Computer zu bauen. Mit Non-Lokalität. Und wir wissen auch nicht, wie der Magnet funktioniert, aber Quantencomputer können wir schon mal. Wir wissen nicht, was auf dem Meeresboden ist, aber den Mond haben wir schon mal besucht. Ja, okay. Also es gibt Filme darüber. Sagen wir es. Eieieieieieiei. Jetzt kommen wir mal zu diesem Mond vielleicht. Es gibt ja in den letzten Jahren immer mehr. Wohl auch der Yuval Noah Harari hat wohl rein hypothetisch erklärt, dass in den nächsten fünf Jahren irgendwie wohl Besuch von Außerirdischen zu erwarten sei. Und ich sage jetzt mal Area 51 und so weiter. Es gibt ja unwahrscheinlich vieles, was in dem Bereich unbekanntes Flugobjekt definiert wird. Wie stehst denn du dazu? Ziemlich oft ist das gekommen in den Fragen. Gibt es diese Außerirdischen? Wo sind eigentlich diese Menschen mit diesen langen Köpfen? Und was weiß ich, wo man auch schon entsprechende Versteinerungen gefunden hat. Ich habe gesehen, dass in einem Kohleabbaugebiet in einem Braunkohleabbaugebiet plötzlich, was weiß ich, wie viele Millionen Jahre die Braunkohle da gelegen ist, ein Zahnrad war, ein super Zahnrad, auf Millimeter genau gefräst. Keiner weiß, wie sie es gemacht haben, wie es da reinkam. Und du hattest dich jetzt mit Architektur auch schon beschäftigt. Archäologischen Themen. Also das Thema UFO ist ein sehr komplexes. Wie gesagt, eins, was man wieder materialistisch angehen kann und sagt, okay, da gibt es etwas im Himmel. Das ist ja die Originalbedeutung. Unbekannte Flugobjekte. Das habe ich schon Flugobjekte im Himmel gesehen, die ich nicht erklären konnte. Definitiv. Und hatten die nach meiner Beobachtung auch irgendeine abstrakte Technologie, die nicht den herkömmlichen Funktionsweisen wie einem Jetantrieb entsprechen, sondern dass da zu vermuten ist, dass da Bewegungen stattgefunden hatten, die auf Antigravitation zum Beispiel basieren. Ja, das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Daher ist das Thema UFO für mich keine Frage. Jetzt sind wir aber bei der großen Interpretation. Ist das denn eine Technologie, die vielleicht das Militär hortet, aber nicht bekannt gibt? Hat das mit außerirdischen, mit interdimensionalen Wesen zu tun? Hat das mit all dem zu tun? Hat das Militär sowas? Haben interdimensionale Wesen und außerirdische im klassischen Sinne damit zu tun? Kommen die aus der hohlen Erde oder von unter der Scheibe? Wie war das mit Neuschwabenland? Also das ist ein Riesenkomplex. Ich kann nur dafür sagen, das spielt irgendwo mit rein. Ich kann auch nur sagen, meines Erachtens, wenn es interdimensionale Wesen, davon gehe ich aus, ich würde die nicht unbedingt außerirdischen nennen, ich würde die eher interdimensionalen nennen. Was verstehst du denn du unter interdimensional? Ja, okay. Interdimensional. Da machen wir einen großen Fass auf. Sind das Zeitreisen zum Beispiel als eine Dimension? Oder wie würdest du das? Also das ist, ich war ja gerade dabei beim Regentreffen. Da hat Robert Fleischer auch wieder einen Vortrag gehalten über die aktuelle Situation mit den Ausufus im Allgemeinen und die Vorstellung, dass letztendlich von Erich von Däniken bis Hatcher Childress das eben schon Wesen von einem anderen Stern oder von einer anderen Dimension oder Zeitreisende hier eingegriffen haben und haben gewisse technologische Innovationen gebracht. Das ist ja alles keine neue Story. So, und dafür für diese Theorien gibt es auch interessante sagen wir mal Hinweise drauf. Und das wie man das UFO-Thema wie weit man das ausdeutet was davon aber auf eigene Erfahrung basiert. Ja, ich kann nur sagen von meiner eigenen Erfahrung von dem, was ich wahrgenommen habe ich kenne diese ganzen Narrative ich kann mir da auch vieles vorstellen ich kann mir auch von mir aus von Grauen bis Reptoliiden Rassen kann ich erstmal hinnehmen dass es die gibt dass die eventuell hier auch in das ganze Thema mit hineinspielen aber das ist etwas was was ich schwer objektivieren kann ich glaube schon dass es da Wechselwirkung oder dass es da Kommunikation oder Interaktion zwischen diesen Wesen schon lange stattgefunden hat dass die letztendlich in diesen ganzen auch die wo wir am Anfang der Fragen angekommen sind zum Beispiel das Alexander Laurent Narrativ auch da spielen eben diese Wesen mit rein ist es etwas was ich aus eigener Erfahrung objektivieren kann oder wo ich eine fixe Meinung habe die ich nicht auch mit sich jederzeit verändern könnte nein ich bin mir aber auch sicher dass das auch das System damit spielt ja weißt du jede Religion zumindest ich bin jetzt nicht so fit in den Religionen weil eigentlich will ich mich davon ein bisschen frei machen ich fühle mich da immer manipuliert gut aber jede Religion beschreibt dass die Götter im Himmel leben mit dem Feuervogel da runterkommen und hoch und tralalalalala ist das jetzt einfach eine fortgeschrittene Kultur von der Erde oder sind es vielleicht tatsächlich welche die von woanders kommen und werden die mit Göttern gleichgesetzt einfach weil man es anders nicht erkennen konnten oder sind diejenigen die hier die Versuchsanordnung auf diesem Testplaneten Erde durchziehen oder gar unsere KI programmiert haben also das sind ja viele solche Dinge die man zumindest mal wie soll ich sagen viele werden jetzt sagen jetzt spinnt er völlig der Alex das Recht habt ihr natürlich aber ich habe auch das Recht diese Fragen zu stellen und einfach mal ganz demütig da in diese Richtung zu denken ich weiß es doch auch nicht ich kann ich auch nicht ich kann dir mal ein Beispiel nennen wo ich sagen mal auch ich habe ja eine Zeit lang in Mexiko gelebt in Baja Kalifornien und da habe ich selber das ist ja nun nicht ein Bereich wo viele Helikopter oder Drohnen oder Flugzeuge rumfliegen also es ist ein sehr aber Pyramiden gibt es dort auch in Baja selber nicht aber zumindest soweit ich nicht weiß aber wo ist es in Mexiko schon aber da war da habe ich auch schon Dinge am Himmel gesehen die kamen mir nicht koscher vor das nun mal so aber dann gab es während der Pandemie eine Situation also das bedeutet ein gläubiger Jüte darf jetzt dieses Ufo nicht essen ich weiß nicht koscher ist ich weiß nicht koscher ist okay den Rache habe ich das gar nicht gekriegt also wir versuchen open minded zu bleiben alles gut ich erzähle dir von einer persönlichen Geschichte einer meiner besten Freunde Rafa der lebte da während der Pandemie lebte bei seiner Beachbar er hatte eine Beachbar direkt am Strand und hatte da so seinen privaten Bereich nebenan und da nun mal Lockdown war und Mexiko ein anderes Pflaster hatte da einfach die ganze Zeit während des Lockdowns recht einsam am Strand in seiner Beachbar übernachtet also nicht der schlechteste Ort für den Lockdown nein das war ein guter war ein guter Ort und während des Lockdowns habe ich ihn dann irgendwann besucht und obwohl Lockdown eigentlich nichts ging waren bei ihm Arbeiter und haben ein Loch reingeschlagen von seinem Privatbereich in die Küche und ich sage warum lässt du jetzt mitten im Lockdown das ist gefährlich wenn die Polizei alles mitkriegt dann kriegst du riesen Strafe du darfst dir eigentlich gar nichts machen du darfst dich mit niemandem treffen warum lässt du jetzt gerade ein Loch da durch den Wand strangen ach nichts meint er alles in Ordnung ich habe schon gespürt irgendwas ist passiert weil offensichtlich hat es ihm irgendeine Begegnung die ihn dazu veranlasst hat eine Tür in den Küchenbereich von seinem Privatbereich zu schlagen also irgendwas muss draußen passiert sein auf dem Weg zur Küche weil er wenn er vorher zur Küche gehen wollte von seinem Privatbereich musste er um die ganze Beachbar drum herumlaufen und in die Küche reingehen und jetzt wollte er einen direkten Zugang ich habe ihn dann erstmal in Ruhe lassen und dann irgendwann nach einer Viertelstunde sagte er okay Christian das sagst du jetzt aber niemand anderem aber was gestern passiert ist das hat mich total ausgefreakt das nachts hat er Hunger bekommen war in seinem Privatbereich musste in den Küchenbereich gehen und dann war da vor ihm dieses Ufo er sagte vielleicht vier, fünf Meter entfernt es war so groß wie ein Volkswagen war weiß sah aus wie ein Tic Tac und sagte es schwebte dort erst hat er gedacht das wäre eine Drohne es ist ihm erst nach wenigen nach zehn Sekunden ist ihm aufgefallen das Ding macht ja gar keine Geräusche er schwebt da nur so leise vor sich hin und es macht keine Geräusche was für ein Antrieb hat das Ding und dann stand er da mit ich glaube mit seiner Katze noch auf dem Arm das Licht ging an das war dieses automatische Licht wenn er raus geht also Alt war nicht drin nein er hat nur gesehen vorne sind irgendwelche Optiken also Alt hätte Alt hätte ja auch Hunger gehabt auf die Katze genau ich glaube Alt hätte wahrscheinlich noch reingepasst aber es war nicht besonders groß es sah wirklich wie eine Drohne aus in dem Sinne und ja das Ding hat er fünf Minuten lang beobachtet hat noch in seine Tasche gegriffen ob er nicht ein Handy hätte ob er da nicht ein Foto von machen könnte aber nein also hat er fünf Minuten beobachtet dann ging das automatische Licht aus daraufhin hat er wieder eine Bewegung gemacht um das Licht wieder anzumachen und daraufhin hat es dass nachdem dieses Ding ihn da fünf Minuten lang beobachtet hat er hat das Ding fünf Minuten lang beobachtet hat das Ding umgedreht und ist mit einer affenartigen Geschwindigkeit wie er sagt dann Richtung Meer hinaus so und das hat ihn natürlich total schockiert dass er nachts nie wieder irgendeine spookie Begegnung mit irgendeinem Objekt haben wollte er ging davon aus dass das militärischer Natur ist er hat ja nicht an Außerirdische geglaubt weil es doch die die Optik die vorne dran war das sah zwar nicht sah aus wie eine sehr abstrakte Technologie so und mir ist klar ich bin der hatte sich mit dem Thema noch nie beschäftigt Baja Kalifornien oder da wo wir waren das ist ja nur ein paar hundert Kilometer südlich von dem Ort wo damals zum ersten Mal die Massenmedien als CNN und und BBC und so weiter von diesem Zwischenfall von diesem Nimitz Zwischenfall berichtet haben also wo vom Nimitz Flugzeugträger Gruppe FH18 Flugzeuge Richtung südlich irgendwo südlich von Ensenada diese Filmaufnahmen von den TikTok Ufos gemacht haben die auch teilweise unter Wasser gegangen sind und davon hatte man ja irgendwie 20-30 Sekunden veröffentlicht und das ging ja durch die Massenmedien da hat man ja dieses Phänomen TikTok Ufo sozusagen in die Massenmedien gepusht und ich durchs ich habe ihn gefragt hast du davon schon mal gehört das ist ja hier gerade in Baja Kalifornien nichts Außergewöhnliches das ist ja durch die Massenmedien schon gegangen dass militärische Jets und Piloten genau dieses dieses Phänomen von von weißen TikTok artigen Flugobjekten die sich mit Antigravitation offensichtlich bewegen gut also er hat dieses spooky Ereignis gehabt hat es militärisch eingeordnet hat er sich dann bedroht gefühlt von dem Ding ja wahrscheinlich soweit dass er jetzt den Durchbruch zur Küche braucht ja es war auf jeden Fall es hatte sein Paradigma schon erschüttert und er hat dann auch gesagt seine persönliche Erklärung war das das könnte ja auch sein dass das Außerirdische nicht von außen kommen sondern dass die am Meeresboden vielleicht so eine Art Kolonien haben das ist ja auch ein unerforschter Bereich in vielen die Tiefsee so und ich habe ihnen dann irgendwann eine Dokumentation zum Thema TikTok-Ufos habe ich ihnen dann zukommen lassen und ich hatte dann auch mit Surfern gesprochen die und offensichtlich ist dieses Phänomen dieser weißen dieser weißen TikTok-Ufos nichts Außergewöhnliches das haben Surfer die schon auf die Welle gewartet haben haben rausgeguckt und haben da irgendwas aus dem Wasser kommen sehen und das ist nichts Ungewöhnliches das haben Surfer untereinander schon ganz oft geteilt das ist so ein bisschen wie Seemannsgarn der speziell an der Südspitze von Baja Kalifornien verbreitet ist das ist jetzt mal so eine das ist jetzt mal so eine Erfahrung wo ich sage ich habe das selber schon was gesehen ich habe es nicht so nah gesehen wie mein guter Freund Rafa der das Ganze auf fünf Meter gesehen hat und fünf Minuten lang beobachtet hat aber wo ich keinen Zweifel habe dass der dass dieses Phänomen existiert ja ist klar aber wer steckt steckt da überhaupt ein Lebewesen drin oder ist das nur eine autark agierendes Fluginstrument eine Drohne das kann ich alles nicht sagen so genau und die Frage ist ja auch ich muss ja trotzdem nochmal drauf kommen ganz viele haben sich ja mit dem Thema der flachen Erde beschäftigt jetzt hast du gesagt wir wissen ja gar nicht wo dieses Ding herkommt kommt es vom Meeresboden oder wie auch immer gibt ja da verschiedene Theorien so wo es auch ist auch möglich und die Matrix und warum dreht der Mond sich nicht und ich sehe den immer bloß von der gleichen Seite und du kennst ja viele von diesen Argumenten die ja berechtigte Fragen stellen ja so also ich weiß ja dass bei dem Thema flache Erde ganz viele das sofort zur Seite legen und sagen so ein Quatsch so aber wer sich mit diesen gut begründeten Beobachtungen mal beschäftigt muss ich sagen so ein Quatsch ist das gar nicht aber ich habe mich jetzt auch noch nicht entschieden die Frage ist ja nur warum darf ich nicht über den Südpol fliegen ja das sind alles berechtigte Fragen und als ich die Phoenix Hypothese geschrieben habe also im Buch habe ich die Frage eigentlich beantwortet in einem Kapitel wie ich das verstehe natürlich ist die Masse wie gesagt in der Originalfassung der Phoenix Hypothese für einen Materialisten geschrieben und da gibt es keine Diskussion darüber dass im kartesianischen Paradigma unsere Erde rund ist oder mehr oder weniger und dass andere runde Objekte drum herum kreisen das ist letztendlich die Beobachtung innerhalb des kartesianischen materialistischen Paradigmas mir ist aber auch klar dass natürlich die Flat Earther sich das nicht einfach aus den Fingern gesaugt haben ihre Theorie sondern dass da gewisse Beobachtungen ich habe auch die Dokumentation zum Beispiel Level 1 und 2 und 3 glaube ich gibt es ja drei Teile das ist so eine berühmte englische Dokumentation die erklärt woher dieses Paradigma oder die Sichtweise der Flat Earther herkommt das ist mir die Indizien sind mir durchaus bewusst woher sie das ziehen auch aus einer geschichtlichen Hinsicht dass dieses Paradigma oder diese Vorstellung einer flachen Erde in allen Kulturen auch in einer gewissen Form mit tieferen Wissen und einer gewissen tieferen Philosophie verknüpft ist allerdings bevor ich mit der Flacherde konfrontiert war war ich bereits sozusagen ein eingeschworener Simulationstheoretiker ein Simulationstheoretiker der sich letztendlich an den ältesten aller Quellen orientiert das ist die Veden die sozusagen diese Realität als eine Art Matrix ein Maya versteht und ich sage nicht dass wir in einer Art Quantencomputersimulation drin stecken aber eine Quantencomputersimulation ist das die die nächste Analogie wie man dieses was auch letztendlich Plato versucht hat mit dem Höhlengleichnis wir sehen nur die Schatten an der Wand ja und es gibt da eigentlich einen Höhlenausgang aber wir können nur diese Schatten sehen und das ist unsere einzige Realität als gefesselte Gefangene in der Höhle und sobald wir die Fesseln abgehen und raus aus der Höhle sehen wir die wahre Realität das ist ja letztendlich was und wenn wir zurückkommen und versuchen den Leuten den anderen Gefesselten klar zu machen dass es da noch ein Höhlenausgang und dass das nur Schatten an der Wand sind dann werden die das für verrückt halten ja so aber letztendlich was Plato versucht hat da zu beschreiben ist dasselbe was in den Veden sozusagen diese Maya Theorie oder dieses Maya Verständnis sagt oder die Aborigines die sagen wir sind so eine Art auch unser Wachbewusstsein ist so eine Art von stabiler Traum von einer stabilen Traumwelt und letztendlich verstehe ich auch aus gerade auch aus wissenschaftlicher Hinsicht aufgrund dieser Anomalien in unserer Physik ja Welle-Teilchen-Dualität man guckt hin denn es ist ein pixeliertes Objekt man guckt nicht hin der bewegt denn es ist die Wahrscheinlichkeit einer Welle dann guckt man wieder hin es ist ein Objekt ja also ein Elementarteilchen und guckt man wieder weg nicht hin ja dann ist es wieder eine Welle der Potentialität so das ist genau das was wir auch in einer Form von virtuellen Realität erfahren würden und innerhalb einer virtuellen Realität gibt es keine fixe Form es ist die Welt ist weder rund noch flach oder beides gleichzeitig letztendlich ist es immer basierend auf dem Beobachter wie es für ihn die Simulation gerendert wird und das ein gewisser Grundglaube letztendlich auch beeinflusst wie meine subjektive individuelle Sicht auf die Realität sich gestaltet letztendlich sind beide Wahrheiten Erde ist flach also Paradoxien die ja mit drei gegen übersetzte Realitäten Erde ist flach oder Erde ist rund gleichzeitig war als aus Beobachtersicht heraus wenn man aus dem Paradigma und den tiefen Überzeugungen dann wird man immer Elemente finden die als Flacherdler einen überzeugen die Erde ist flach und als jemand der festen Überzeugung eines eines physischen oder kartesianischen Weltbildes hat dann wird immer Elemente finden die ihn genau darin überzeugen also zum Schluss ist es ja die Wahrnehmung der eigenen Wahrnehmung und wie man das in ein wie auch immer geartetes Weltbild einordnet und ob ich da Übereinstimmung finde aber wenn es beides falsch weil beides eine virtuelle Realität ist eine virtuelle Realität wie Maya das heißt ja nichts anderes als kosmische Illusion es ist eine Illusion einer Realität ja das heißt virtuelle Realität ich meine alles was ich jetzt wahrnehme dich muss ich ja in gewisser Art auch wahrnehmen jetzt ist ja die Frage bist du jetzt hier auch so ein Stück der Matrix aber du fühlst dich ein bisschen kühl an oder bist du real natürlich würde ich sagen der sitzt wirklich vor mir also der sitzt wirklich vor mir jetzt interessant und die Frage ist ja auch die ich sage es mal nur am Beispiel dieser Gravitation man sagt okay Massen ziehen sich an es gibt auch eine andere Theorie die sagt es gibt also hier aus dem Weltall elektromagnetische Strahlen und die drücken dich sozusagen auf die Erde die Erde zieht dich gar nicht an aber du wirst gedrückt und du wirst deswegen gedrückt weil die Erde von der anderen Seite dich abschirmt und da weniger Gegendruck ist und deswegen das sieht natürlich so aus als würden sich Massen anziehen aber in Wirklichkeit ist der Wirkmechanismus genau anders aber die Realität die kann es in beide Richtungen einordnen und genau so ist es auch beides ist richtig und beides ist falsch weil letztendlich Gravitation am Ende nur ein Programm ist ein Algorithmus wie Objekte sich miteinander verhalten und ob die jetzt gedrückt oder das ist wiederum Betrachtungsweise und letztendlich du guckst mich an und sagst der Typ ist real aber letztendlich bestehe ich aus Elementen die alles andere als real sind weil letztendlich guckst du auf einen Haufen von Atomen und Atom ist letztendlich eine oder mehrere Portionen von Energie die um einen Atomkern kreisen und Energien die letztendlich nur die Illusion einer Masse also quasi eines kleinen Balls eines Atoms produzieren und letztendlich sind es nur Energieportionen die umeinander kreisen dann guckst du in den Atomkern und denkst okay da ist ja noch ein bisschen Materie aber das sind auch nur fluktuierende Felder das heißt ich bestehe aus Elementarteilchen oder meine Atome entstehen aus Elementarteilchen die nicht wirklich physischer Natur sind so also dementsprechend ja aus deiner Wahrnehmung bin ich physisch hier aber genau betrachtet wissenschaftlich betrachtet bin ich hier nur fluktuierende Energiefelder fluktuieren das heißt sie sind wir da sind wir nicht da ja und nur für dich ist das ja gut ich sage es mal für Kernphysiker ist das klar so aber jetzt wollen wir dich nicht in die Einzelteile zerlegen weil so viel Energie brauchen wir diese tausend Jahre jetzt nicht so okay davon abgesehen du hattest dich mit Bauwerken beschäftigt auch oder mit Geschichte einer Archäologie vielleicht könntest du da mal was dazu sagen ich meine es wird sehr viel über diese Pyramiden die ganze Zeit gesprochen also was was die möglicherweise auch für eine Ausrichtung haben wie die gebaut worden sind sind die überhaupt gebaut worden sind die gegossen worden sind die Steine gegossen worden oder geschleppt worden so und wenn ja in welchem Zeitraum und dann diese ganze Mathematik und Geometrie bezogen auf diese kosmischen ja wie soll ich sagen Maßstäbe da ist ja unwahrscheiniges Wissen verbunden aber du warst ja auch in Mexiko du warst ja auch woanders und hast dich mit diesem Zeug beschäftigt sind das für dich die steinernen Beweise einer zuvor existierenden Hochkultur die wir vergessen haben möglicherweise durch so einen Umsturz das kann man innerhalb der Füllungshypothese sehe ich da ganz klar auf der physisch ja auf der physisch materialistischen Ebene sehe ich da definitiv Parallelen und Evidenz dafür gerade mit der großen Pyramide aber allein auch in meinem letzten Vortrag habe ich noch mal tiefer auf zum Beispiel dieses Buch und letztendlich den Dokumentarfilm die Offenbarung der Pyramide eingegangen einen Film den man auch auf meiner Webseite findet das ist ein sehr guter zweistündiger Dokumentarfilm der hat letztendlich diese Anomalien dieser verschiedenen Bauwerke die letztendlich auch alle viele davon sozusagen auf einem breiten gar nicht so breiten Korridor auf einer Linie rund um die Erde zu finden es gibt welche die sagen das war früher mal der Äquator und das war quasi so verschoben dieser Ring den wir sozusagen genau so und da sehe ich Evidenzien dafür und die sehe ja nicht nur ich die haben ja schon andere vor mir gesehen und ich kann das auch nur anbieten die Argumentationskette die sagen wir mal Forscher die wirklich in diese Bauwerke hineingegangen sind die sich letztendlich auch die Mathematik drauf haben das Ganze zu berechnen Wie war das eigentlich in dieser alten Zeit wir haben ja auch eine gewisse Geschichtsschreibung hin und her die möglicherweise die ganze Jahrhunderte ganze Jahrtausende plötzlich überspringt und keiner weiß mehr was ist neu und was ist alt beim Bau der Elbphilharmonie sind ja die Kosten auch völlig aus dem Ruder gelaufen war das damals bei den Pyramiden auch schon so oder waren die da intelligenter das ähm nein ich weiß ich mache es wieder ein bisschen lakonisch nein Fakt ist eins diese Bauwerke die werden ja jetzt sind ja Meilensteine sozusagen auch dessen was wir eben heutzutage bauen und wir kommen ja auch auf diese Dumps so in deiner Theorie sagst du okay die bringen sich in Sicherheit es werden da Erdmassen bewegt es gibt möglicherweise Bunkeranlagen Vorräte für Samen für Saatgut für was weiß ich vielleicht auch für um um den hilfreichen Teil der Menschheit dort über die Zeit zu bringen die man dann später braucht ähm gibt es da Hinweise gibt es da Hinweise ist es nur reines Unvermögen Geldverschwendung ist das möglicherweise der verdeckte Versuch Geld abzuziehen um das anderweitig einzusetzen Ja ich bin in meinem Vortrag in meinem ersten und jetzt auch meinem neuen verbesserten Vortrag beim Regentreff bin ich ja auf den Denver Airport eingegangen wo ich wo viel vermutet wird spätestens mit der damaligen Dokumentation von Jesse Ventura der hatte damals eine Dokumentation über die Mythen und gewisse Insider des Denver Airports dass es da eben auch ganz viele Etagen unter den Denver Airport dass auch viel Abraum geschaffen worden Ist das nicht auch der Flughafen der mit diesen besonderen Wand Gemälden mit den Grundsteinen der Freimaurerei der dieses Pferd als Symbol hat das so ausschaut als wenn es den apokalyptischen Reiter verloren hätte ja ja das ist dieser okkulte Bunkerkomplex so habe ich das genannt Bunkerkomplex weil man davon ausgeht dass darunter ganz viele unterirdische Anlagen sind und das gleiche da kann man ganz oder viele behaupten dass die sich tiefer mit dem neuen Berliner Flughafen beschäftigt haben Stuttgart 21 da können wir gerne von Unvermögen reden und das Unvermögen und Schlamperei und das ist ein guter Tarnmantel wenn man dort Projekte baut die eigentlich viel tiefer gehen als die Öffentlichkeit das wissen soll und dann kamen ja auch viele Fragen in die Richtung so nach dem Motto um all das zu bauen um all das geheim zu halten da müssen doch viele viele Menschen involviert sein warum wird das nicht ausgeplappert oder ist das auch wieder so eine Art dieser militärischen Strukturen dass jeder nur so viel weiß wie er wissen darf und dafür eine einfache Erklärung hat nicht to know so nennt sich der Militär nicht to know also der weiß nur was er wissen muss und dann kann er sich draußen auch nicht verplappern ich schätze mal der normale Arbeiter der sagen wir mal irgendein geheimes Geschoss unter dem Flughafen vom Flughafen ein Geschoss baut was sagen wir mal möglicherweise so eine Art Damm wäre ob der am Ende genau weiß wenn er dadurch ein paar Tunnel gegangen ist die schon andere vor ihm gebaut haben wo er da überhaupt ist dass er da vielleicht auch eine Anweisung kriegt schau das ist der Militär wir bauen hier einen militärischen Bereich der ist geheim da musst du hier unterschreiben dass du keine weiteren Details nach außen gibst derjenige wird dann wieder an einer ganz anderen Stelle schippen dann kommen andere Truppen rein die das Ganze noch weiter ausbauen die unterschreiben auch wieder was die haben alle nur ein Einzelwissen und haben auch noch dafür unterschrieben dass das hier militärisches geheim das jegliches Detail selbst der müsste sich mit ganz vielen anderen treffen und um ihr Wissen zusammen wie Puzzleteile zusammenzulegen bis sie vielleicht drauf kommen wollen Moment mal es gibt hier vielleicht nicht nur ein militärische Etage es gibt hier zwei drei vier oder fünf die Frage ist wie schnell der Aufzug fährt oder was da reinkommt das wissen die Bauleiter nennen wir es mal der das letztendlich alles im Überblick hat der wird sicherlich auch überwacht werden und der wird auch sicher selektiert worden sein dass der nicht das größte Schnatter Schnabel hat und das Ganze durch die Gegend erzählt aber es gab ja solche Leute Phil Schneider in USA der in hunderten von Bauprojekten von diesen Dams verwickelt war in den USA der hat ja irgendwann drüber ausgepackt weil er eben auch gesehen hat das Wort geht komplett an gewisse demokratische Strukturen vorbei und was machen die eigentlich was gibt es da unten alles und er hat ja auch ganz obskure Begegnungen also kommen sogar Außerirdische in das ganze Thema mit rein aber gehen wir nochmal du hast es angesprochen sind die dann auf der flachen Erde unten raus gekommen aus der stattfinden da kann man ein stück weit reinschauen ein paar sachen sind objektivierbar der rest ist wieder unschärfe aber was wir wissen ist definitiv aus alten kulturen da sage ich nur professor kusch und seine frau die haben da sehr viel geforscht hier im europäischen kontext aber auch in asien hast du kontakt zu kusch nein habe ich nicht aber ich habe noch nicht mal eins seiner bücher gelesen ich habe so viele podcasts von ihm gehört lieber kusch wir würden gern mal in österreich mit ihm ein paar erstelle begehen also falls jemand den kontakt herstellen kann er sagt er selber in einem podcast er hat in dem buch auch nur 60 prozent von dem geschrieben was er eigentlich hätte sagen können und das ist schon abstrakt genug für viele was da für technologie mit diesen kusch kann jeder selber noch mal schauen wollen wir die zeit jetzt hier nicht verbringen damit aber nur dafür es gibt beweise dirinkuyu das ist 18 stockwerke untereinander platz für 20.000 leute mit weinkeller und vieh was man da rein bringen konnte wir wissen gar nicht mehr welche hochkultur diese diese untergrundanlagen gebaut hat 20.000 leute untergrund mehrere solcher untergrund städte die durch tunnel verbunden sind alle im umkreis von gebirg lite wo wir auch nicht wissen wer hat eigentlich das gebaut ich kenne solche untergrundstädte auch aus zentral anatolien wo also mehrere stockwerke bis hin zu zisternen und gängen und schlaforten und alles mögliche hermetisch abriegelbar durch große unterirdisch es ist da es ist alles da man fragt sich warum eigentlich das da daher nehme ich halt auch den hinweis dass manche sagen ja auch okay wenn die da überall bunker bauen wer weiß wenn das der kataklysmus so kommt wie einige theorien das sagen dann könnte das ja auch unterirdische gräber werden ja diese diese bunker anlagen kamen immer wieder wir haben gesagt okay woher weiß denn eigentlich jemand der sich da so im bunker besorgt dass ihm das wirklich hilft so nachher ist ein gebirge über ihm aufgeschüttet oder der bunker liegt plötzlich unter dem ozean wie kommt der überhaupt wieder raus da wird da die man sicherlich die materialistische elite die sich darauf vorbereitet geht da schon wahrscheinlich davon aus dass ein gewisser teil da ja kollateralschaden ist so aber spätestens sagen wir mal die alten ja weil Kusch geht ja von untergrundanlagen an die bis zu 30 40 tausend jahre also die müssen ja mehrere zyklen überlebt haben dann gehen wir noch mal dazu hinüber angenommen dieser 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 umbruch ist ein menschengemachter wirklicher dritter weltkrieg mit armageddon dann macht ein bunker natürlich viel sinn das ist das ist ein szenario vor dem viele waren ja speziell jetzt das was ich vorhin schon angesprochen habe dass der wolfgang egger der sagt die wollen auf religiöser ebene dieses armageddon und das wird letztendlich zu einem dritten weltkrieg führen und da würden viele analysten sagen ja wenn es zum dritten kommt dann ist der atomkrieg auch nicht zu vermeiden weil das ist die letztendliche ja das die die letzte eskalation aber ich sage von meinem datensatz aus ist das nicht so innerhalb der es war weder die absicht der anglosächsischen mission noch in den prophetischen beschreibungen der europäischen seher wie von stefan bernd das zusammenfasst wird es keine eskalation im dritten weltkrieg geben dass atomwaffen in großem stil so wie man sich das vorstellt den planeten verseuchen und und dass die totale auslöschung erfungen es wird eventuell partiell in irgendwelchen bereichen schon mal so ein taktisches wenn man überhaupt dran glaubt dass es atomwaffen gibt da gibt es ja auch verschiedene narrative kann da schon mal was zum einsatz kommen aber es scheint mir eher so dass es eher darum geht ein konventionelles gemetze zu veranstalten als ablenkungsmanöver und um bevölkerung und speziell das militär zu reduzieren weil das die gefahr bringt im nachhinein darüber haben wir bereits gesprochen sozusagen einen kontrollierten wiederaufbau zu machen und daher würde ich man kann natürlich mit der Angst vor einem dritten weltkrieg und atomatkrieg kann man natürlich begründen warum man zum Beispiel warum regierung steuergelder zum beispiel in solche projekte hinein sickern lassen gerade der militärische komplex ist ja auch einer wir wissen der kostet einen hafen geld man fragt sich zum beispiel ist es ja so dass die bündnis obik deutschland militär ausgaben hat die in der summe vergleichbar mit den russischen sind die russen die haben ein militär die haben atombomben die haben alles mögliche und wir haben noch nicht mal einen hubschrauber der fliegt da kostet aber auch die schraube keinen 3 euro 50 sondern da kostet dann im vergleich wahrscheinlich 10 cent ja wie auch immer aber es ist alles wirklich eigenartig fakt ist halt eins es ist eine möglichkeit geld wegzuziehen ja okay die nächste frage ist ja außerirdische hatten wir wo hatten wir flache welt hatten wir glauben hatten wir jetzt noch mal auf die eins hatten wir noch nicht das kam auch zwei drei mal in diesen fragen hoch also wenn wir das mal so weitergehen und sagen okay es gibt jetzt diese bunker es gibt jetzt dieses ereignis kommt es von außen wird es menschen gemacht wird es provoziert was weiß ich viele viele menschen sterben wir wollen einen kontrollierten wiederaufbau also zerstörung zum wiederaufbau auch dieses religiöse bild was viele religionen immer wieder mit sich tragen denken wir es weiter durch jetzt haben die sich eingegraben oder der gates hat dann was weiß ich auf dem mars sein schürfrecht so jetzt wollen die wieder rauskommen wollen natürlich die macht behalten logischerweise vielleicht wollen die die neuen götter sein möglicherweise sie brauchen ja auch sklaven handlanger so und das wurde jetzt hier bei einigen fragen in verbindung gebracht mit all den kindern die verschwenden ich denke dass es keine frage ist dass kinder verschwinden ja und dass letztendlich menschenhandel im allgemeinen verschiedene zwecke verfolgt dass das dass man eventuell da schon auch leute in den untergrund bringt kann ich nicht ausschließen ich weiß das letztendlich nicht aber jetzt weißt du mit diesem kinderhandel gerade wo du das sagst jetzt fühle ich gerade wie soll ich sagen dass dieser mensch doch zumindest bei denen die menschenhandel betreiben nichts weiter ist wie ein haustier ein nutztier etwas was man benutzen kann und die frage ist ja zumindest jetzt mit meinem selbstverständnis sind diese selbsternannten götter nicht die eigentlichen übeltäter auf diesem planeten zumindest wenn ich mal menschlichkeit als überschrift nehme natürlich wenn wir wenn wir davon hören was da passiert es gibt ja gab jetzt auch ein paar hollywood produktionen die das doch recht drastisch dargestellt haben und wahrscheinlich damit nur die oberfläche gekratzt haben ja und natürlich ich verstehe wie das natürlich empörung auslöst und und ja der mensch ist in der lage zwischen extrem gut und extrem böse böse oder sagen wir mal ja in den polaritäten sich alles mögliche zu kreieren ja und die frage ist wie gehen wir damit um und wie positionieren wir uns und wenn wir etwas dagegen tun können oder sagen wir mal was können wir machen wir da was ja ich glaube dass es nicht hilfreich ist da wieder seine Emotionen da komplex oder komplett da sich einfach nur in Empörung und in Trauer und in Wut ja dass das seine Energie darin rotieren zu lassen sondern ich glaube was was deutlich wird ist eigentlich um da noch mal ganz das Ende vielleicht auch mit dem Anfang zu verbinden dass ich zumindest den Eindruck habe dass das System versucht uns alle mit einem gewissen Weltbild auszustatten und zu funktionieren in Wirklichkeit wir ein Zahnrad damit werden wir denken wir werden selbstbestimmt aber sind zu weiten Teilen dann geprägt von außen oder fehlinformiert wie auch immer doch Werkzeuge dessen dass irgendwelche anderen seien es diese religiösen die auf diesen Armageddon hinarbeiten einer gegen den anderen oder auch andere Interessen durchgesetzt werden können also ob das jetzt die Pharmaindustrie ist die Rüstungsindustrie der ganze Größenwahnsinn den wir hier haben was weiß ich dass es irgendwelche Leute gibt da müssen wir allerdings schon noch mal drüber sprechen über dieses Geoengineering so wie das hier einzuordnen wäre dass man einfach sagen muss ich mache einfach nicht mit weil irgendwo an einer Stelle ist es ja so du hast gesagt Hollywood hat uns auch schon einiges gezeigt viele von denen die jetzt hier zuschauen die kennen natürlich Orwell die kennen natürlich Matrix so und meiner Meinung nach ist noch ganz super dieser Dreiteiler die Bestimmung extrem wichtig für mich ist das die neue Matrix solltet ihr mal gucken ob ihr die Bestimmung findet gut aber unabhängig davon sie zeigen uns ja was sie zeigen uns ja was und wo also können wir einfach nein sagen ich meine das System ist ja perfide aufgebaut wenn du nein sagst dann verlöst du deinen Arbeitsplatz hast du dieses und jenes nicht und so weiter und da sind wir ja wieder bei dem Mensch als Nutztier das ich meine ein Schaf hat ja auch die Wahl vielleicht aus der Herde auszubrechen so dann kommt aber der Schäfer und hinterher und beißt ich glaube das das kann man wieder aus verschiedenen Ecken sehen ja aus einer rein materialistischen Ebene oder aus einer tieferen spirituellen Ecke ja dass man sagt okay es gibt nun mal diese Polaritäten die sich in verschiedensten Ebenen manifestieren und die Frage ist wo positioniert sich jeder Einzelne geht der in die Angst geht der in die Liebe geht der in den Hass in die Wut ja wie geht man damit um wenn man konfrontiert ist an welchen Stellen können wir wirklich etwas machen oder wo sind wir nur gefangen in unseren Emotionen und wo werden wir auch einfach nur abgelenkt und in eine Opferrolle gehalten wo können wir wirklich etwas machen wo können wir an uns selber was ändern das sind so Fragen die muss sich jeder individuell stellen und letztendlich für sich selber eine individuelle Antwort finden da bin ich auch nicht derjenige auf ein anderes Leben oder eine eigene Herausforderung die eine andere Person oder die speziell vielleicht du hast in deinem Leben eine Antwort geben kann weil nur du die Antwort für dich finden kannst wie geht es um diese Herausforderung ich habe jetzt gerade den Eindruck ob das jetzt diese äußeren mechanischen Sachen und sei es ein Planet der an uns vorbeirauscht oder ein Meteorit der einschlägt oder was weiß ich was da kommen könnte Pulssprung das sind äußere Einflüsse gewisse Denkmuster sind ja auch äußere Einflüsse das sind ja auch äußere Einflüsse Religion ist für mich ein äußerer Einfluss genauso wie die Tagesschau ein äußerer Einfluss ist und das was ihr jetzt gerade schaut ist auch ein äußerer Einfluss so im Übrigen wenn ihr noch mehr von den Einflüssen haben wollt unsere Kasse braucht auch ein bisschen Einfluss vielen Dank im Voraus davon abgesehen aber ganz zum Schluss ist man auf sich selber zurückgeworfen wir wissen nicht was wahr ist was falsch ist wir wissen mit Sicherheit dass vieles was uns als Wahrheit verkauft wird in Wirklichkeit nicht die Wahrheit ist das wissen wir auf jeden Fall deswegen kennen wir die Wahrheit auch noch nicht das ist mal wieder beim Höhengleichnis wie trainiert man eigentlich sein Bullshit-Meter weil eigentlich darauf kommt es ja an in Wirklichkeit muss jeder von uns entscheiden an irgendeiner Stelle ich glaube das oder ich glaube das nicht ist das vielleicht der einzige Schlüssel der uns zum Schluss übrig bleibt auf unser Bauchgefühl zu hören und uns völlig unabhängig zu machen das geht natürlich nicht aber weitgehend zumindest zu versuchen ich wünschte ich könnte da so eine allgemeingültige Antwort geben weil schon allein auch für mich oder sagen wir mal innerhalb der der Unterstützer der Phönix-Hypothese also Menschen die mit der Phönix-Hypothese konfrontiert wurden und sagen hey da ist mal da ist jetzt mal ein Modell draußen das korrespondiert mit mir so aber selbst innerhalb dieser dieser Gemeinde der Phönix-Hypothese die sich da reindenken können da gibt es keine Einigkeit wie geht man es damit um die einen sagen okay wir machen es genauso wie die Eliten wir wir präparieren uns im besten Fall bunkern wir uns bunkern wir uns auch ein ja und wir versuchen eben uns materialistisch darauf vorzubereiten auf dieses Event andere sagen nein okay das ganze Szenario zeigt mir wie vulnerable unsere ganze Gesellschaft oder unsere Realität hier allgemein ist und ich genieße jetzt jeden Tag ja als wenn es der letzte wäre ich versuche mehr und mehr im hier und jetzt zu leben und den Augenblick zu genießen statt in der Zukunft immer zu sein oder mich mir tausend Fragen zu stellen über die Vergangenheit wie war die wirklich sondern ich lebe hier und jetzt und nehme das voll auf andere sagen für mich ist das eigentlich das ganze Szenario sagen wir mal ein Anlass mich in die spirituelle Ebene zu begeben und zu verstehen dass ich nicht mein Körper bin dass egal was jetzt auf mich zukommt das vielleicht auch ein Test ist oder so eine Art Ausbildungs- oder Erfahrungsprogramm was dazu dient das Beste aus mir herauszuholen wie gehe ich um mit der Herausforderung ja bleibe ich in mir oder oder renne ich panisch im Kreis ja was machst du ich versuche einen Kompromiss aus all diesen Dingen ich versuche schon mehr im hier und jetzt zu werden wir sind unwahrscheinlich fortgeschritten in der Zeit wir konnten nicht alle Fragen beantworten ja ich glaube das geht auch gar nicht den Eindruck wollte ich auch nicht erwecken dass es wirklich geht trotzdem vielen Dank für eure Fragen ja im vorangegangenen Video haben wir Moses mit Noah verwechselt beziehungsweise wie auch immer das passiert mal bei so einem langen Gespräch alles gut Christian vielen vielen Dank vielen Dank liebe Zuschauer ich hoffe es erweitert euren Horizont ja und ihr gibt ein paar weitere Sichtweisen über die ihr vielleicht nachdenken könnt ihr könnt auch vieles zur Seite legen vielleicht später nochmal drüber nachdenken vielleicht war der eine oder andere Punkt dabei der euch motiviert dieses Video zu teilen und Christian wenn dich wieder mal der Weg irgendwo nach Sachsen führt dann ruf uns an ihr könnt ja nochmal reinschreiben ob ihr gerne Wiederholung wollt dann vielleicht können wir dann auch nochmal eine Sendung machen über übers Internet übers Internet und über deine anderen Themen die du so hast ok vielen Dank dass du dran geblieben seid vielen Dank Christian dass du hier warst ja ich wünsche dir alles alles Gute und ich hoffe wir sehen uns wieder bevor wir mit diesem großen unerwarteten Ereignis vielleicht schnell zum Ende kommen ok danke dir ja danke ich hoffe es war was inspirierendes inspirierende Impulse dabei und danke für die Einladung dear oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020